Ich möchte mich einfach nur steigern vom letzten Turnier und ich sag mal, viele würden jetzt sagen, ja, das ist auch nicht schwer, doch, es ist natürlich schwer, du spielst gegen dich selber meistens. Zufrieden mit der Leistung sind wir auf jeden Fall nicht. Ist ja völlig klar, ich denke, jeder, der uns oder mich auch jetzt länger verfolgt, ist auf jeden Fall nicht wirklich zufrieden mit dem, was wir abgerufen haben. Ich bin der Meinung, ich bin seit Jahren jetzt mit Abstand der beste deutsche Spieler und es ist halt ein Grund, warum ich mit meiner Leistung, mit dem, was ich halt fürs Game tue, da oben bin. Wir sind immer noch, wir vertreten immer noch Deutschland und es ist ja immer noch so, woran viele, viele Fans lange Jahre gesucht haben und wir sind da, wir sind nicht weg, wir werden auch nicht weg sein, Top 20, Top 15, vielleicht mal Top 5 irgendwann. Schönen guten Abend. Ja, schön, dass du dabei bist heute, ein ganz besonderer Stream, die zweite Auflage für die Pressekonferenz, diesmal mit freundlicher Unterstützung von Coinbase. Erste Format gab es, nachdem ihr bei IMFall gewonnen habt, beziehungsweise euch qualifiziert habt fürs Major und kam ganz gut an, war natürlich große Hype-Stimmung. Jetzt ist das Major vorbei und es gibt natürlich auch ein paar kritische Fragen, aber die erste wichtige Frage ist erstmal, wie geht es dir, mein Freund? Ja, ein bisschen angeschlagen, man hört es wahrscheinlich auch von der Stimme her, aber ich bin auf einem guten Weg, Erholung vom gesundheitlichen und natürlich auch vom mentalen. Wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen und ja, danke der Nachfrage. Wie geht es dir denn so? Wie es so ist. Ich bin alt und ich vermisse die Events, aber im nächsten Jahr geht es wieder gut rund. Ich glaube, bis zum Ende des Jahres seid ihr mit Roman auch noch ganz gut unterstützt vor Ort und ich habe gehört, sorry, ich habe auch ein bisschen trockenen Hals, dass Yilmaz euch begleitet nach Ungarn. Das ist auch neu. Er wird Teammanager in Ungarn sein, Yilmaz Osan, darauf erstmal einen kräftigen Schluck. Ich bin auch sehr gespannt, wie das verlaufen wird, aber ich bin positiv gespannt. Ja, also wird auf jeden Fall interessantes Reisepensum für euch. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Vorab schon mal für euch als Info. Wir werden erstmal keine Chatfragen beantworten, weil wir sehr viele Fragen vorab eingesendet bekommen haben und es, glaube ich, sonst zu unübersichtlich wird. Und damit wir auch hier niemanden vergessen, Ed von Schleck, danke für deinen Reisep, fangen wir direkt an mit der Frage von dem wunderbaren Munich, den wir auch schon seit Ewigkeiten auf Twitter kennen, großer Big Fan, mit einer sehr persönlichen Frage an dich. Und zwar, gab es mal einen Moment in deinem Leben, an dem du Gaming als Beruf komplett beenden wolltest? Und was hast du dir von deinen ersten E-Sports-Earnings gekauft? Das ist eine interessante Frage, aber tatsächlich habe ich nie daran gedacht, irgendwie ans Aufhören oder so. Ich bin auch gar nicht da, wo ich gerne sein wollen würde. Ja, und die Menschen, die mich kennen, ich gebe nicht so viel Geld aus tatsächlich, ich muss auch nicht so viel ausgeben. Ich habe alles, was mich glücklich macht. Natürlich gönnt man sich hier und da mal ein bisschen was, aber jetzt Spezielles kann ich dir nicht sagen, was ich genau gekauft habe. Aber man gönnt sich manchmal was natürlich, aber ansonsten, man ist sehr zufrieden mit dem, was man hat. Du bist einer der wenigen sehr bodenständigen Typen, die ich kenne. Also wir kennen alle Gamer, die ein bisschen durchdrehen, wo dann fünfmal die Rolli blinkt und Gold catchen und, sorry Tizzi, ich war zu zuerst, war jetzt nicht gegen dich. Aber es gibt schon ein paar, die ein bisschen übertreiben. Das kann jeder selber wissen. Stimmt auf jeden Fall, das ist für jeden selbst überlassen, aber das muss ich auch zugeben, habe ich mir auch gegönnt. Da habe ich mir ja auch eine Rolex gekauft. Ist auch eine gute Wertanlage, natürlich sieht super aus, wenn man dazu passend gekleidet ist. Und manchmal kann man sich, wie gesagt, gönnen. Ja, ist absolut nichts Verwerfliches. Danke dir, Vacation Gaming, auch für einen weiteren Resub. Und wir machen direkt weiter mit einer Frage von Kasper Sardinius von Twitter. So ein Ausblick in die CS-Landschaft. Denkt ihr, so Teams wie Enns oder Kopenhagen Flames können sich an die Spitze bringen und beziehungsweise dort halten? Und denkt ihr, Big kann sich wieder solid in die Top Ten zurückkämpfen? Gibt es generelle Teams, die ihr unmittelbar für interessant haltet, die wir jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm haben bisher oder die nicht beim Major dabei waren? Viele Fragen. Fangen wir mal an mit, können Enns und Flames sich an der Spitze halten, auf dem Peak, wo sie gerade sind? Es wird auf jeden Fall sehr schwierig sein, da die Teams, zum Beispiel auf jeden Fall Enns, denke ich, haben auf jeden Fall mehr Schwierigkeiten als Kopenhagen Flames. Würde ich mal so behaupten, einfach aus dem Grund, weil Enns ein sehr enges und straffes Playbook hat. Aber Kopenhagen Flames hingegen, die haben mich echt auf jeden Fall sehr positiv überrascht. Nicht nur jetzt, auf diesem Turnier natürlich das letzte Turnier auch, wo sie im 5-0 in der Gruppenphase durchgefahren sind. Aber man muss halt echt sagen, die Teams, wie es wirklich so aussieht, arbeiten sie einfach sehr hart an ihrem Map-Pool. Natürlich auch sehr an sich selbst. Die müssen individuell Hochform haben, um irgendwie so eine Leistung abrufen zu können. Ich denke, beide Teams würden es auf Dauer auf jeden Fall in die Top-15 locker schaffen. Aber ob es mehr reicht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Muss man erstmal nochmal schauen, wie die Honeymoon-Phase jetzt zurzeit bei den ganzen Teams ist, wenn man so viel Erfolg hat. Aber ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass sie es noch weiter beschaffen können. Wann sind wir wieder Top-10? Ich hoffe, bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall. Würde ich mir für euch wünschen. Oder für uns generell. Haben wir irgendwelche Teams, die jetzt vielleicht nicht auf dem Major waren, die auch so ein bisschen Upcoming sind und auf die wir in Zukunft noch ein Auge werfen sollten? Gibt auf jeden Fall einige. Ehrlich gesagt, das ist ein unter den Teams, die auf jeden Fall sehr, sehr viele kennen. Würde ich behaupten, einfach mit Fiend, Victor, Bubble, Dreamer. Wirklich ein krasses Team. Wir können auf jeden Fall viele Teams schlagen. Ich denke auch, dieses andere Team, außer Bulgarien, Skade, genau, auch wirklich gefährlich. Und ich denke, so Teams wie Saw, Havu, die können auf jeden Fall alle sehr gefährlich sein, wenn man sie nicht wirklich auf dem Schirm hat. Aber das sind, ich denke mal, die fallen ein bisschen weiter nach hinten. Also Skade, Fiend, bin ich der Meinung auf jeden Fall, dass die den anderen oder anderen auf jeden Fall ein bisschen ärgern können. Was denkst du vom neuen Fnatic mit Smooth Mo? Gefährlich? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist genau das, was denen gefällt hat. Ein bisschen aggressivere, ein bisschen so eine verrücktere Spielweise auf jeden Fall. Kann gut klappen, hat man ja auch gesehen. Die haben sich, glaube ich, zu zwei Qualifier direkt qualifiziert. Bin gespannt, wie es auf jeden Fall in Zukunft noch mit dem Team passieren wird. Ja. Wir haben sehr, sehr viele weitere Fragen. Ich versuche das so ein bisschen zu strukturieren. Und zwar fragt Flex auf Instagram, wie ist das Gefühl, bei so einem großen E-Sports-Event dabei zu sein, wie jetzt gerade beim PGL-Major oder auch vorher in Köln? Das Gefühl ist auf jeden Fall grandios. Also sich dazu betiteln, dass man auf einem Major gespielt hat, klar, es ist nicht in der Arena. Dennoch, du spielst einen Major. Es ist weitere Erfahrungen, die du sammelst. Es ist eine super Erfahrung fürs Team, für dich selber auch, dass man sowas überhaupt erleben kann oder darf als Spieler. Dementsprechend bin ich auf jeden Fall immer dankbar und auch glücklich darüber, dass sie uns qualifiziert haben sollt, das auch mitnehmen zu dürfen. Klar, man hätte sich das natürlich gerne anders gewünscht. Einfach aus dem Grund, natürlich will man wieder nach zwei Jahren Major, vor allem jetzt nach zwei Jahren das Major, nicht ein Das Major, in der Arena spielen. Ist natürlich ein sehr, sehr großer Traum, aber ist auf jeden Fall ein gutes Ziel, welches man hätte erreichen können. Und wir hätten uns das gewünscht, natürlich. Aber ich bin auf jeden Fall immer sehr, sehr dankbar, solche Turniere spielen zu dürfen. Da gibt es noch mal weitere Fragen zu von Nordic von Twitter und auch von Thomas von Instagram. Und zwar, seid ihr zufrieden mit dem Erreichten, beziehungsweise liegt es innerhalb eurer Erwartungen? Da Garde ja noch, also ich sage mal Garde, weil es sein Nachname ist, noch relativ neubauig ist, könnt ihr ja logischerweise nicht so eingespielt sein wie Teams, die schon länger in der Konstellation bestehen. Und wie sehen wir generell so die Entwicklung in den letzten Wochen, seitdem er gejoint ist? Zufrieden mit der Leistung sind wir auf jeden Fall nicht. Ist ja völlig klar, ich denke, jeder, der uns oder mich auch jetzt länger verfolgt, ist auf jeden Fall nicht wirklich zufrieden mit dem, was wir abgerufen haben. Ich denke, wir haben auf jeden Fall dennoch ein paar Fortschritte gemacht. Es ist nun mal das Major. Das Major ist halt, ich sage mal, vom Prestige her und von der Ehre und vom Druck auch natürlich sehr enorm, haben, dass man da so sehr gut performen muss. Ich persönlich habe viele andere Teams auch struggeln sehen, aber ich bin der Meinung, wir haben uns nicht so gut gezeigt. Natürlich geht es immer besser. Mit der Leistung von Niklas bin ich auf jeden Fall wirklich zufrieden. Der macht auch außerhalb des Servers, muss er natürlich ein bisschen noch mehr machen, mich unterstützen, den Team unterstützen mit seiner Knowledge. Er war selber Ansage, er hat Teams geleitet, er hat eine sehr gute Erfahrung. Auch wenn er nicht so lange mit dabei ist, hat er trotzdem eine sehr, sehr gute Mentalität, was das angeht. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall noch mit mehr Zeit deutlich besser werden. Aber wie ich auch schon vorher im Interview vorher schon gesagt habe, ich denke, es liegt nicht an Niklas, ich denke, es liegt an jedem anderen hier im Team. Wir müssen deutlich upsteppen, einfach um das, was uns jetzt fehlt, quasi zu kompensieren mit besserem Teamplayer und besseren Frags, dass wir quasi alle auf dem gleichen Stand sind. Danke für die Subs an Karma Moon und Monkswander. Wir bleiben einfach mal bei Major. Es waren viele Leute, die außer so als Außenstehende nicht so ganz nachvollziehen konnten, wie so die Abläufe waren. Ist natürlich auch nicht so wie bei so einem großen Event, dass alles so strukturiert wirkt. Deswegen haben unter anderem Leute gefragt, meint, weil wird die PGL das ernst mit dem Team-Huddles und dem Cheering und wird das sich auf künftige Events auswirken? Und wie habt ihr so diese ganzen Coach-Regeln gesehen? Ich meine, wir haben Nico gesehen, der dich nicht mal abklatschen durfte. Wie hast du das so als IGL und gerade als jemand, der so diesen mentalen Support braucht, empfunden in der Situation? Es ist auf jeden Fall sehr belastend. Letztendlich jeder arbeitet mit dem Gleichen, aber dennoch ist es trotzdem was ganz anderes, wenn, wie du schon sagtest, so die kleinen Dinge im Leben nicht mehr haben kannst, wie zum Beispiel ein Fisspump mit deinem Coach, wo du halt mal eine gute, entscheidende Runde gewonnen hast. Ist natürlich trotzdem etwas, was, ich sag mal, viele mitnehmen. Und ich persönlich, ich kann da PGL gar keinen Schuld geben. Sie machen ja nicht die Regeln. Die sind letztendlich nur der Veranstalter, der die Regeln bekommt. Ja, ich bin hoffentlich, ich bin immer ein positiver Mensch und hoffe natürlich, dass, weil wir die Regelung irgendwie mal ein bisschen zurückschrauben werden. Aber ich bin da, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, also ich hoffe es natürlich, aber die Realität ist leider ein bisschen, spricht nicht der Realität, ehrlich gesagt. Ich bin auch gespannt, ob sich da noch was ändert. Also wenn man überlegt, wie viele Coaches doch Input haben, allein dadurch, dass sie meinen so abklatschen, auf die Schulter, ein bisschen rumschreien, du spürst es halt, du nimmst es auch mit, da geht es auf jeden Fall schon ein Stück Leidenschaft verloren. Ich hoffe, dass es auf jeden Fall nochmal überdacht wird. Aber ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, das ist auf jeden Fall halt auch alles noch das Nachbeben von den cheatenden Coaches. Und wir wissen alle, bei wem wir uns zu bedanken haben. Und in diesem Sinne, Gruß an Hunden. Ich hoffe, du kommst nie wieder, mein Freund. So, auch nochmal eine Frage, so ein bisschen zum System von Nordic auf Twitter. Was haltet ihr von dem Turnierformat an sich? Und was wäre in deinen Augen so, also was ist in deinen Augen das beste Turnierformat? Weil gerade jetzt bei dem Format wusste man ja erst spät, gegen wen man als nächstes spielt. Ist das ein Nachteil, gerade wegen der Vorbereitung? Also wegen der Vorbereitung ist es natürlich ein Nachteil, aber letztendlich ist man auf dem Major, man muss gegen jeden und egal welche Uhrzeit, egal gegen wen, egal welches Spielfeld, sage ich mal, gewinnen oder gewinnen wollen. Was die Vorbereitung, ich sage mal, ist eher an zweiter Stelle. Man muss schon vorbereitet genug sein, um auf dem Major sich gut zu präsentieren. Aber ich persönlich, ich mag das Format. Ich mag auch die Best of Ones. Das ist halt ein bisschen fresh im Flow so. Und vor allem auch, dass die Entscheidungsspiele dann Best of 3 sind. Natürlich aus Spielersicht würde ich es mir gerne, wenn ich könnte, würde ich es anders machen. Ich würde es natürlich alles Best of 3 machen. Alles natürlich deutlich länger ist das beste und wichtigste Turnier auf dem Markt. Müsste man theoretisch auch dann dementsprechend auch veranstalten. Aber ich bin nicht abgeneigt von dem System. Ich mag das. Es gibt, wie gesagt, ein fresh im Flow und ja, das ist so mein Two Cents. Ja, schweifen wir so ein bisschen ab, um das Thema, wie haben wir so die letzten Wochen gesehen, abzuschließen. Da fragt Cola König mit einem sehr interessanten Nickname. Ich hoffe, es ist Cola Zero König in Zukunft. Mich würde interessieren, wie man die bisherigen Leistungen als Team nach der Umstellung Liga zurück gerade neu einschätzt. Und von außen betrachtet wirkt das für mich seit dem Weggang von Tobi sehr nach. Ne, was meint er da? Von außen betrachtet wirkt für mich vor allem der Weggang von Tobi sehr nach. Geht das dem Team ähnlich? Also fehlt uns Tobi? Wie fangen wir das auf? Also erst mal reden wir über die Leistungen, seitdem halt Nico glücklicherweise, ich sag mal auch glücklicherweise an uns, dass er da eingesprungen ist und auch diesen Job direkt angenommen hat. Und natürlich auch mit Niklas bin ich der Meinung, dass wir eigentlich eine ganz okay, solide Leistung abgerufen haben. Alles, was wir gespielt haben, wo es sich zu qualifizieren gab, haben wir es getan. Klar, jetzt kann man darüber reden, wir haben jetzt nicht die besten Turniere gespielt. Natürlich stimme ich auch zu, aber wir haben uns letztendlich überall hin zu qualifiziert, was wir machen müssen, haben wir gemacht. Dementsprechend bin ich auch der Meinung, dass wir halt am Ende dieses Jahres auf jeden Fall die Möglichkeit haben, wieder Top 10 zu landen. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwildert. Was war das Zweite noch? Ja genau, ob der Weggang von Tobi sich auf uns ausgewirkt hat und wie wir das auffangen wollen. Also ist auf jeden Fall klar, natürlich ist es ein großer Verlust, wenn man so einen Trainer verliert. Das ist ja völlig klar. Aber jetzt ist es ein Jahr her, also fast ein Jahr. Ich bin der Meinung, dass wir auf jeden Fall alles geben, dass es nicht so abläuft, wie es natürlich aussieht. Es ist leichter gesagt als getan. Alle Backseat-Gamer, also viele Leute, auch vor allem nach dem Major hier, haben mir auch Privatnachrichten geschrieben, mit was wir hätten besser machen können. Denn letztendlich kann das, was die mir sagen, mein Vater mir genauso sagen, er guckt die Spiele und sagt, was wir falsch machen. Das kann ja jeder machen quasi. Aber man kommt nicht mit Lösungsvorschlägen, was man hätte besser machen können. Weil letztendlich ist das ja leicht einfach so wiederzugeben. Und wir versuchen genau das, was seit dem Tobi weg ist, versuchen wir das halt als Konstanze rüberzubringen. Jedem an jedem einzelnen Mitspieler hier versuchen wir, wir arbeiten sehr, sehr hart. Und manchmal klappt es, manchmal klappt es leider nicht. Und im nächsten Monat gibt es dann wieder ein neues Turnier. Das habe ich sogar gesehen auf Twitter, als du jemanden geschrieben hast, ja dann schick mir doch mal, was wir besser machen können. Und wenn du dann halt genau das sagst, das ist genau wie wenn ich euch nach dem Spiel sage, Alter, wieso piekt ihr Five on Three da? Oder Roman sagt so, warum pusht ihr da so dumm? Das sind Sachen, das löst nicht das Problem. Und das ist halt genau die Situation, wo man auch auf Twitter sich dann manche Leute angepisst fühlen, wenn man sagt, hey, was du jetzt machst, das bringt doch gar nichts. Oder auch dieses Offensichtliche hintendran zu sagen, ja, ihr habt schlecht als Tee gespielt auf der Map und so, das ist absolut kontraproduktiv. Jeder, der Augen im Kopf hat, sieht das selber. Wir wissen gerade am ehesten, wenn wir schlecht gespielt haben oder keine gute Leistung gebracht haben, dass er dieses Fingerpointing danach, ohne halt irgendwie so mal konstruktiv was zu schreiben. Ich meine, es gibt auch Leute, die berechtigte Kritik üben und auch ab und zu halt mal so eine, die dürfen als treue Supporter, darfst du eh immer Nachfrage haben, warum läuft das so oder was ist da? Aber dieses Fingerpointing muss einfach aufhören. Und ich behaupte nach wie vor, dass keiner mehr wirklich da draußen genauso wenig wie ich taktisch einschätzen kann, was bei euch schiefläuft und was nicht. Und du weißt ganz genau, wie ich bin. Ich könnte euch alle töten, wenn ihr einen Forceball verliert, den hundertsten in Folge. Aber ich nehme euch auch in den Arm, wenn ihr das Spiel verliert. Das gehört ja mit dazu. Es ist einfach, das muss ich so ein bisschen entschlacken, weil es ist wie bei einem Länderspiel. Wir sind alle Bundestrainer und da will ich mich auch nicht ausnehmen. Ich hätte auch hundertmal schon Bundestrainer beim Fußball machen können. Ich hätte es wahrscheinlich auch besser gemacht, aber das war ja auch nicht so schwer bei Jogi Löw. Weitjung hat auf Twitter gefragt, Garde konnte beweisen, dass er wichtige Runden gewinnen kann. Das HLTV-Rating allerdings ist das Niedrigste im Team. Statsbrille, mein Freund, aber ich weiß, dass du es nicht so meinst. Dass er Xantares nicht ersetzen kann, war vorhinein klar. Folglich muss eine Umstrukturierung gemacht werden. Meine Frage lautet also, wie man mit diesem Roster Consistent Competitive sein möchte, dass ein IGL und AWP, also dich und Flo, als Starplayer hat. Das kommt nicht in meinen Kopf rein. Also entweder, ich sag mal, ich bin mal jetzt mal ziemlich persönlich. Also entweder er ist jetzt nicht so lange dabei oder er kennt sich einfach nicht so gut aus. Einfach aus diesem Grund, ich will jetzt, also das ist einfach die Wahrheit. Ich möchte jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, Leute, es gibt immer so, die auch gerne das als arrogant betiteln. Aber ich bin der Meinung, ich bin seit Jahren jetzt mit Abstand der beste deutsche Spieler. Und es ist halt ein Grund, warum ich mit meiner Leistung, mit dem, was ich halt fürs Game tue, da oben bin. Das ist kein, da wird auch kein anderer kommen und mich über, ich sag mal, überholen, wenn sie nicht genau das machen, was ich mache quasi. Und so mehr. Das ist einfach Fakt und ich bin der Meinung, warum ich halt, ich sag mal, der beste Spieler in Deutschland bin, ist einfach, ich liebe dieses Spiel. Ich bin glücklich, dass ich mit diesen Leuten zu tun hatte, die mir das verinnerlicht haben, wie wichtig das eigentlich ist. Und ich denke, jeder Einzelne bei mir im Team, genauso in Deutschland, muss genau das erkennen, dass dieses Game, was man liebt, was man macht, man hat das nicht für 50 Jahre. Man macht es vielleicht für 20 oder 15 Jahre im Game und dann bist du leider weg vom Fenster. Und diese Zeit muss man genauso nutzen. Und ich denke zum Beispiel, klar, es ist leicht gesagt, die Leute, die immer sagen, ja, Tizian, ja, geht, ja, auch mal Nils, er ist so inkonstant. Ja, dann spielt man auf diesem Level und zeigt mir, dass ihr das halt besser könnt. Das ist halt eine gewisse Druck, ein gewisser, das ist eine Pressure, die man halt verspürt, wenn man, ich sag mal, im besten deutschen Team mit Abstand, ja. Es gibt ja lange nicht mehr, Sprout ist ja schon lange weg. Kein anderes deutsche Team hat irgendwie mit, sag mal, mit Glück auch, können sie nicht mit uns halten. Und das ist auch berechtigt. Wir geben Gas, wir wollen auch Gas geben. Aber dieses Backseat-Gaming, ja, warum hat der so schlechte Stats und so, das ist halt immer leichter gesagt als getan. Das System ist vielleicht auch nicht perfekt, muss man auch einfach die Wahrheit sagen, ist vielleicht nicht perfekt überarbeitet worden. Vor allem nachdem Niklas kam, wir hatten auch nicht so viel Zeit. Die Zeit war eigentlich da, hey Niklas, was spielt so viel Position? Ja, er hat ungefähr die gleichen Positionen wie Django gespielt, dann haben wir es eins zu eins mal übernommen. Und ich denke mal so, das war jetzt auch nicht so schlecht, wie alle hier behaupten. Und für einen neuen Spieler wie Niklas, der noch nie Deutsch irgendwie kommuniziert hat, der Deutsch in seiner Schule gelernt hat, der jetzt Deutsch fließend spricht und versteht, muss natürlich trotzdem halt in seiner Sprache denken. Es ist trotzdem eine erfassbare Leistung und ich denke, wir können alle auf jeden Fall stolz drauf sein, weil wir sind immer noch, wir sind immer noch, wir vertreten immer noch Deutschland. Und es ist ja immer noch so, woran viele, viele Fans lange Jahre gesucht haben. Und wir sind da, wir sind nicht weg. Wir werden auch nicht weg sein. Top 20, Top 15, vielleicht mal Top 5 irgendwann. Dementsprechend sollte man uns lieber eher supporten, anstatt als kritisieren. Ich denke, Kritik ist auch immer wichtig, auch gut gesehen, wenn es konstruktive Kritik ist. Wenn es nur diese Backseat-Gamer, ja, wieso hat der denn schon wieder fünf Kills, was ist ein Noob? Ja, macht man gerne die Augen zu und hört mal nichts hin. Wahre Worte. Also, ich höre so ein bisschen von mir auf Twitter raus, aber das hätte ich nicht besser sagen können als du. Lass uns so diese Phase abschließen. Thema Major an sich. Es gibt noch so kleine, kurze Fragen, auf die wir nochmal eingehen können. Zum Beispiel hat Tim 97 auf Twitter gefragt, in letzter Zeit gab es einige sehr schöne Matches, aber auch ein paar, die nicht so optimal gelaufen sind. Was nehmt ihr aus den letzten Wochen, gerade seitdem Garde da ist, sowohl Positives als auch Negatives mit, mit negativ im Sinne von Kritik an euch? Was Niklas auf jeden Fall mitbringt, ist eine sehr, sehr positive Ausstrahlung und ich denke, er bringt auch so eine Karnis, die wir davor nicht hatten. Davor war er sehr hektisch, es ist immer noch sehr, sehr hektisch. Es ist einfach Fakt, dass wir Teamplay-technisch nicht auf dem Level sind, was wir mal hatten. Und das auch mit einem Spieler, der unsere Sprache nicht beherrscht hat und auch natürlich die englische Sprache nicht so gut beherrscht hat, wie wir selber auch. War unser Game-Verständnis früher einfach viel höher und man muss einfach dazu sagen, dass die Teams jetzt deutlich besser geworden sind. Die Teams haben alles. Die Teams sind so gebalanced, die haben alles, was jeder dieses Team braucht. Die nutzen es auch gut ein und die hitten auch alle sehr, sehr gut. Aber sonst denke ich, dass Niklas mitbringt, habe ich ja gerade gesagt. Ich denke, er bringt auch einen gewissen Raw-Skill, der mir sehr, sehr gut gefällt. Wir können ihn leider jetzt noch nicht derzeit ausschöpfen. Er bringt sehr gute Mentalität mit ins Spiel und das Negative, was man sagen kann, ist auf jeden Fall, das ist ein bisschen, ich sage mal nicht Pech, aber ein paar Situationen, ich denke wegen der Sprache auch, wird halt nicht so verstanden, wie man das gerne hätte haben wollen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr positiv überrascht von Niklas für die jetzige Zeit und ich denke, wir können da noch viel mehr rausholen aus ihm. Was nehmt ihr euch final aus Stockholm mit für die nächsten Wochen, gerade was die Turnieren betrifft? Was wollen wir, was geben wir jetzt nochmal an? War eine Frage auf Instagram von Kunikorn. Also beide Male Stockholm, nicht jetzt dieses und das letzte Mal auch. Das hier, ich würde jetzt nur Major nehmen. Ja, das Major, ich denke, wir müssen uns auf jeden Fall wieder mehr fokussieren aufs Map-Pool generell, dass wir zwei, drei sehr, sehr gute Maps haben und nicht vier ganz okay Maps, weil es ist ja auch Fakt, dass wir auf das Zwei nicht so viel Bedarf haben, wie zum Beispiel auf Nuke oder eventuell auch auf Overpass, natürlich auch Vertigo. Ist jetzt unser Ziel auf jeden Fall, dass wir diese Maps deutlich verstärken, damit wir halt auch andere Maps in der Hinterhand haben. Und ich denke, da war das Major vor allem jetzt auch für uns und auch für andere Teams sehr viel Bedarf an Repertoire, was wir halt entweder kopieren, umsetzen können oder natürlich dann auch einfach improveen können. Ja, sehr gut. Das beantwortet direkt auch die Frage von ZR Klee, wie wir jetzt künftig am Map-Pool arbeiten wollen und was wir außerhalb von das Zwei noch so angehen. Also sehr gut vorgearbeitet, obwohl du das Dokument gar nicht siehst. Vielen Dank dafür. Kurze Zwischenfrage, weil ich nachher die andere Frage beantworten werde und die Frage, die darf kommen. Where is Xantares? Weißt du es? Xantares ist in seiner Heimat, da, wo er sehr, sehr gerne sein wollen würde. Grüße an Xanta an dieser Stelle und ja, dann gab es noch, die habe ich auch, die Frage habe ich auch auf Twitter gestellt bekommen, die passt eigentlich noch ganz gut zum Major, damit wir das mal fertig haben. So. Scroll, scroll, scroll. Ich habe sie gleich. Genau. YetiFound fragt auf Twitter, warum hat man sich in den beiden entscheidenden Matches für Nuke und gegen Vertigo entschieden, nachdem Nuke schon gegen Entropic noch okay und Kopenhagen Flames nicht optimal lief. So wenig Vertrauen in das eigene Vertigo, das war doch eigentlich sehr gut. Ähm, die Frage war zu der dritten Map, richtig? Ja, genau. Also gegen Maus und gegen Enze. Gegen Enze, genau. Um mit der Nuke und zugenommen. Äh, ich sag mal, gegen Enze gab es tatsächlich einfach ein bisschen, äh, ich sag mal ein Missverständnis. Ich persönlich hätte auf jeden Fall auch Overpass genommen anstatt Nuke. Gegen Maus hingegen waren wir auf jeden Fall sehr gut vorbereitet. Wir waren der Meinung auf jeden Fall, dass unser Nuke gut genug ist auf diesem Level, wie gegen Maus und eventuell auch gegen Enze. Wir wussten, dass Enze sehr, sehr stark ist. Aber ich denke, gegen Enze haben wir es verkackt. Ist okay, das gebe ich. Das haben wir nicht gut gemacht. Gegen Maus auf keinen Fall. Ich denke, gegen Maus hätten wir auf jeden Fall Nuke gewinnen können. Es waren sehr, sehr gute, knappe Runden auch dabei. Aber wir haben, ehrlich gesagt, unser Map ein bisschen überschätzt. Ich denke, nach das 2 war keine Map pickbar, wo wir sagen können, egal, welche Seite wir starten, egal, wie es aussieht, wir haben unsere Antworten parat und wir wissen genau, was zu tun ist. Vor langer, langer Zeit hätte ich gesagt, natürlich, da gibt es halt viele Maps wie Vertigo, Nuke, unter anderem auch mal Mirage früher. Aber jetzt hat sich ziemlich viel verändert. Wir haben einen anderen Spiel, einen anderen Spielstil auch, wo wir jetzt erst mal alles wieder reinkriegen müssen. Und ich denke, Maps wie auch Vertigo, da fehlt uns zurzeit dieses souveräne Runterspielen an manchen Situationen, die Erfahrung an dieser Position und natürlich auch gewisse Taktiken, die wir halt nicht haben. Passende Frage dazu von Arne Sütterlein auf Instagram. Welche ist eure Lieblingsmap als Team aktuell? Ja, das ist sehr leicht zu beantworten. Das ist auf jeden Fall das 2. Sehr gut. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Ich schaue gerade nochmal, ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen, jetzt gehen wir so ein bisschen deep in das Taktische, wo, das sind Dinge, die kann ich nicht beantworten und das sind Fragen, wenn sie dich triggern, dann darfst du so drauf antworten, wie ich drauf antworten würde, wenn mir die Frage ein Fan stellt. Deswegen schießen wir direkt mal los. Moose1970 auf Twitter, warum hat man vergleichsweise viele Probleme gegen Ecos, Diegels und zweite Runde nach Pistol Win? Ähm... Es ist, ich denke, es ist auf jeden Fall so ein bisschen ein kleiner Fluch drin, den wir schon damals auch hatten mit anderen Ingame-Leadern oder anderen Teams. Ich denke, die Runden sind generell einfach auch schwer zu spielen. Die Pistols sind sehr, sehr stark und ich bin der Meinung, wir haben sehr, sehr vieles Verschiedenes versucht. Wir haben langsam versucht, wir haben schnell versucht, wir haben unkontrolliert, kontrolliert, wir haben Rushes, wir haben alles Mögliche versucht und ich denke, entweder liegt es uns einfach nicht so gut oder wir spielen es dementsprechend halt schlecht in manchen Situationen, vielleicht unpassende Taktiken zur unpassenden Zeit. Aber wie wir jetzt auch in der Review halt gesehen haben, ich denke, da waren ein, zwei Situationen, wo vielleicht mal eine Flash, vielleicht mal eine Smoke, wenn die anders kommt, die sieht die Runde auch anders aus. Klar, es ist nicht optimal gegen eine Diegel-Runde, aber es ist auch nicht optimal, denke ich mal, weil alle anderen Teams die auch verlieren. Zwar nicht so viel wie wir, muss man echt sagen, hier auf diesem Turnier, aber ich denke, viele Teams haben einfach Probleme damit und das liegt einfach daran, dass die Economy Pistols einfach ein bisschen stark sind. Passende Folgefrage von Shift11 von Twitter. Achtung, hol mal kurz Luft vorher nochmal, so richtig tief so. Warum rusht man nicht einfach mal respektlos B, wenn man weiß, Gegner hat Eko? Ja, haben wir versucht. Also ehrlich gesagt, zum Beispiel, also wir haben es halt versucht, auch zu rushen. Und klar, dieser Tipp ist natürlich gut, rush B, bläht und gib ihm, ist immer gut. Es nimmt mir auch persönlich viel Last von den Schultern. Klar können wir mal das nächste Mal versuchen, sehr gerne. Sehr gut. Hier wird jetzt nochmal, oder ist das, das können wir gleich zusammenfassen. Sonst wird hier alles doppelt gestellt. So, machen wir einfach mal hier weiter in Richtung, hier ist nochmal eine schöne Frage, die eigentlich auch von Waldjunge, wo ich mich frage, ob man nicht so ganz aktiv dabei war, weil eigentlich ist das schon immer mit dabei. Ich lese hier einfach mal vor, ist ein bisschen länger. Als GOP noch Head of CSGO war, fand das Team fast direkt Erfolg. Wir erinnern uns zurück, kurzer Einwurf von mir, das war 2020 im ersten Halbjahr, bevor Valorant kam. Fehlt vielleicht ein Mastermind wie GOP im Team? War es vielleicht die Kombination von Tobi und GOP zusammen? Ihr habt bestimmt schon selbst darüber nachgedacht. Kurzer Einwurf von mir dazu. Tobi und GOP, das war nicht so die perfekte Beziehung, wie die Leute das gedacht haben. Die war gut, weil Fatih sehr viele Sachen mitgebracht hat. Aber wenn du zwei Alpha-Lieder hast, ist das manchmal nicht so ganz einfach. Aber auf jeden Fall hat auch Fatih seinen Anteil an Erfolg gehabt und das wollen wir ihm gar nicht schlecht reden. Aber da war auch schon klar, dass er zu Valorant geht. So, also das können wir eigentlich widerlegen. Und Tapsen meinte, dass Garda auch besonders auf der taktischen Seite aushelfen wird. Immerhin war er schon IGL. War das die goldene Lösung für euch? Ich habe mich fies formuliert, tut mir leid. Ich finde die Frage aber gerechtfertigt. Ist gerechtfertigt, brauchst dir keine Sorgen machen. Also wir haben ihn jetzt nicht als Ansager geholt oder so. Also klar, man kann auch kritisieren, dass ich kein guter Ansager bin oder kein guter Käpt'n bin. Ich bin der Meinung, ich mache es jetzt seit einer gewissen Zeit und man kann natürlich immer sich improve. Ich bin sehr confident, dass ich es drauf habe, dass ich genau weiß, was zu tun ist. In vielen Fällen, ich bin auch menschlich, ich mache auch Fehler. Klar gibt es andere, die es vielleicht eventuell besser machen. Ich denke, ich bringe ein gutes Paket, was alles ungefähr mit einem betrifft. Manches schlechter, manches besser. Und ich denke, da fehlt auf jeden Fall einer, der meiner Meinung nach ein bisschen Stimme gebracht hat. Wir haben es versucht, dass es andere Mitspieler hier im Team machen. Es ist immer leichter gesagt als getan. High-Pressure-Situation, man macht halt ein bisschen Kacki in Hose. Ist ja völlig normal, es geht um sehr viel Geld. Da kann man es nicht erwarten. Man versucht natürlich auch so zu trainieren. Es ist halt nicht möglich. Dann guckst du nach Optionen, wer ist ein sehr, sehr solider, mentaler, starker Typ. Ich fand immer, Niklas war früher schon ein sehr guter Spieler, herausragender Spieler, der ein bisschen hinter den Schatten von anderen Spielern geblitten hat. Jetzt, nachdem er quasi längere Zeit nicht gespielt hatte, hatte er bei Jenas die Ansagerrolle übernommen. Hat natürlich auch gut gepasst für uns, weil wir haben genau das gesucht nach einer zweiten Stimme im Spiel. Natürlich auch gerne außerhalb des Spiels, der vielleicht ein paar Sachen vorbereiten kann, und der mich ein bisschen entlastet, der natürlich auch gerne sein Know-how mit ins Spiel bringt. Und da denke ich, haben wir auf jeden Fall einen sehr guten Teil vergelandet. Sehe ich genauso. Also, wir hatten das ja gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil dieses Team Hyenas, wo er war, war kurz davor, wo zu unterzeichnen, das dann geplatzt. Und tatsächlich ist Niklas auch auf dich zugekommen und hat gesagt, hey Bruder, wenn was ist, wenn bei euch sich was ändert. Ich habe die Rumors gehört über Xantares. Ich bin ready. Und ich glaube, da hatten wir direkt alle gesagt, okay krass. Und das war, ich glaube, ein ganz einfacher Transfer mit wenigen Nachfragen. Und jeder hat das Video gesehen, als Niklas ankam. Das hatte hier Jonas von uns gemacht, dieser kurze Clip. Du hast so, er kommt am Flughafen an und er ist so herzlich dabei. Und allein dieses sympathische Deutsche mit seinem dänischen Dialekt, da hast du gemerkt, er ist so direkt mit drin. Er ist auch keiner, der so Probleme vor sich herschiebt. Der hat sowas gerne aus der Welt und er verliert auch nicht gern. Er geht ein bisschen weniger emotional ran als vielleicht andere Spieler. Aber diese Personalie hat uns, ich finde, als Team auch deutlich stärker gemacht. Auf jeden Fall, was ich dir nicht dazu sagen darf, Lenz. Ja klar, hau rein. Ich denke, das, was viele auch nicht sehen, das außerhalb des Trainings und Spiels. Er ist sehr committed. Er will auf jeden Fall sich immer mit reinbringen. Er ist sehr aufmerksam, was das angeht, dass er immer mit dem Team interagieren will. Und das ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr Wichtiges. Und er und ich, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr oft, fast immer, würde ich behaupten, auf derselben Seite, also on the same page quasi. Und das ist auf jeden Fall für mich persönlich als Ansager und Käpt'n extrem wichtig, dass meine Spieler mir blind vertrauen und auch natürlich sehr genau das fühlen quasi, was ich fühle. Jarosch, I am upset, fragt auf Twitter. Der Name ist auf jeden Fall schon mal nicht so cool. Ich glaube, er ist wirklich etwas sauer. Aber sollte man nicht langsam mal überlegen, Tapsen wieder als Fragger statt IGL einzusetzen? Ist doch schade drum. Was sagst du als IGL dazu? Also ich bin mir sehr sicher, wenn es einer in Deutschland halbwegs so gut machen könnte, wie ich es mache, denke ich, kann man noch viel mehr aus mir rausholen. Das ist auch immer mein Ziel, dass wir so ein System haben, dass quasi jeder Einzelne so viel Verantwortung übernimmt, dass das System quasi von alleine läuft, dass jeder so Ansagen bringen kann, dass es halt von alleine läuft. Und dann kann ich natürlich auch mehr scheinen. Aber selbst, ich sag mal, selbst wenn das System nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, habe ich dann immer noch in der Hinterhand, wie das Ganze aussieht. Und das ist meine Verantwortung. Die nehme ich auch sehr gerne. Dass meine Verantwortung aussieht, wie wir uns präsentieren. Und klar, es ist manchmal schlecht, manchmal gut. Aber meine Leistung hat sich jetzt nicht wirklich daran, ich sag mal, verschlechtert. Natürlich war sie deutlich besser, als noch Fatih mit dem Team war, als Nico zum Beispiel Spieler war. Die haben dann noch viel mehr sich quasi geopfert, damit ein Spieler so wie ich auf jeden Fall mehr scheinen. Und vielleicht genauso in der Art vom Skill her mehr Games und mehr Runden viel deutlicher entscheiden als jetzt heutzutage. Das liegt aber auch daran, dass meine Rolle einfach sich in den letzten Jahren deutlich verändert hat. Und ich persönlich würde jetzt ungern tauschen wollen, wenn ich nicht der Meinung bin, ey, dieser Mann hat es drauf und diesem Mann vertraue ich alles an. Weil das ist letztendlich alles. Das ist nicht nur jetzt in-game Ansagen. Es geht um Vorbereiten, es geht um Verkaufen, wie du etwas präsentierst. Du musst auch spielerisch gut genug sein, damit du das alles handeln kannst. Und ich denke, dieses ganze Gesamtpaket, das mache ich jetzt nicht so schlecht. Also ich kann mich nicht beschweren. Es ist natürlich klar, dass bei Niederlagen immer erst mal, hier ist die Statsbrille und gucken wir mal, er steht nicht so gut da, ja okay, wenn er nicht callen würde, wird er wieder 500 Fracks machen. Aber ich weiß ja, wie die Leute das meinen. Der Gedankengang ist ja hier offensichtlich, würde es dir das Leben nicht einfacher machen, wenn jetzt zum Beispiel, worauf vielleicht auch einige rauswollten, Niklas called und du wieder in den Fragger reingehst. Aber das macht ja dann auch wieder andere Stellen auf. Und das sind Sachen, wo wir immer in einem Findungsprozess sind. Und der Einzige, der das entscheiden wird und der das alles in der Hand hat, das hast du selber schon gesagt, bist du alleine. Und da hast du sowieso von uns das Backup. Und ich denke auch, die Community, außer vielleicht I am Upset, sieht das genauso. Weil all das, was wir uns aufgebaut haben, du bist seit Day One mit dabei und das ist ein riesen Werdegang gewesen. Da wirft man nicht das Handtuch, nur wenn es mal nicht so läuft. Also dafür bist du auch viel zu gut. So, Yeti Faun, ich habe es vorhin, glaube ich, gesehen, irgendwie ging dein Sub nicht durch. Danke dir trotzdem dafür. Auch noch eine Frage von dir. In den letzten Wochen wirkt es öfters, als ob die T-Side Probleme macht. Seht ihr das genauso? Und falls ja, woran liegt es deiner Meinung nach? Auf jeden Fall. Es liegt aber am Update. Es liegt daran, dass die Silencer deutlich stärker ist, als ich es dachte. Es liegt natürlich auch daran, dass die guten Spieler, ich sage mal auch in den meisten Fällen, die Ansager, bekommen als CT die HEs, weil die die meistens halt gut reden können, das Spielverständnis sehr hoch ist, der Aufbau von dem gegnerischen Team sehr hoch ist. Und wenn du halt eine HE bekommst, die vielleicht 30, 40 Schaden macht, dann brauchst du mit einer M4 vielleicht nur noch zwei bis drei Hits. Und das ist auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied. Und natürlich, Headshot ist sowieso One-Shot. Das weiß ja sowieso jeder, wenn der HE 10 Schaden macht, dann kannst du auch per One-Shot einfach sterben. Aber die M4 generell ist einfach deutlich stärker geworden. Vor allem auch durch die Smoke-Spam. Du siehst den Team Tracer. Und da, wie man auf dem Major sieht, auch jedes Team spielt tatsächlich auch sehr viel Silencer. Und ich denke, das ist auf jeden Fall einer der Faktoren, warum unsere T-Seite jetzt ein bisschen drunter leidet. Ich persönlich bin auf jeden Fall der Meinung, dass wir, also trotz, also wir können ja mal so drüber reden, ich denke mit sechs bis sieben, teilweise manchmal acht Runden auf Nuke T-Seite, kann man mit mehr als zufrieden sein. Ich denke, die letzten Games zum Beispiel auf Nuke waren auf jeden Fall die CT-Seite, die Schwachstelle. Und mit einer soliden CT-Seite würden vielleicht ein paar anderen Games, ich sag mal, wie zum Beispiel Kopenhagen Flames oder so auch, natürlich hatten wir eine schlechte T-Seite, eine bessere CT-Hälfte, aber sind es alle anderen Games, war die CT-Hälfte nicht wirklich, sag mal, optimal. Ist die Silencer denn so in einem Status, wo du sie jetzt spielen musst, oder ist das noch eher so positionsbezogen wie vorher? Ja, ich denke, man sollte sie immer benutzen jetzt. Okay. Machen wir nochmal hier so eine Performance-Frage, dann haben wir die auch alle durch, dann geht's als Eingemachte. Moxie fragt auf Twitter, was glaubt ihr, was hat gefehlt, oder was fehlt, um wieder die Legends-Stage anzugreifen? Wie waren die Umstände in der Vorbereitung auf das Major? Was glaubt ihr, was fehlt, um wieder die Legends-Stage anzugreifen? Wie waren die Umstände in der Vorbereitung auf das Major? Also Vorbereitung, kann ich kurz sagen, haben wir nicht so viel gehabt. Also nach EI am Fall hatten wir zehn Tage, glaube ich, wovon wir auch noch ein paar andere Verpflichtungen hatten. Und dann haben wir natürlich auch noch einen Tag verloren am Anreisetag, weil wir noch nicht an die PCs durften. Das war aber okay, das war für jeden gleich. Und um das abzuschließen, was hat uns spezifisch noch gefehlt oder was fehlt uns, um den nächsten Step zu machen? Auf jeden Fall auch Selbstvertrauen, würde ich behaupten. Ich denke, das wurde uns so ein bisschen genommen, nachdem, ich denke, nicht die Ergebnisse da waren, als das, was wir uns erhofft haben. Aber zur Vorbereitung zurück, ich würde mal einfach ganz gerne mal unseren Tagesablauf erläutern, damit die Menschen auch erkennen und verstehen, dass wir jetzt nicht, wir zocken jetzt nicht einfach und dann ist der Tag vorbei. Es ist ganz anders, also zur Vorbereitung, Major-Vorbereitung, da treffen wir uns um 12 Uhr und besprechen eineinhalb Stunden, zwei Stunden und dann trainieren wir halt vier bis fünf Trainingsspiele gegen andere Teams, haben dann natürlich eine Pause und danach gucken wir uns die Trainings an und dann ist jeder dafür verantwortlich, individuell noch das on top drauf zu machen. Und dann darauf kommt so halt auf zehn, elf Stunden jeden Tag bis zum Major, das sind halt eine Woche, zehn, elf Stunden mit, weiß ich nicht, sechs, sieben Stunden Schlaf natürlich, ist das eigentlich eine ganz okay Trainingsvorbereitung für so ein Turnier. Wir waren auch sehr confident. Ich habe direkt von Anfang an gesagt, wenn wir weit kommen, müssen wir uns auf dem Turnier steigern, weil unser Potenzial im Training nicht so ausgeschöpft wurde. Und das liegt einfach daran, dass unsere Maps, unser Map-Pool nicht so stark war, wie wir uns das vorgestellt haben und vielleicht haben wir auch ein bisschen schlechteren Fokus gehabt bei den Maps. Da es auch Best of One war, hätte man sich vielleicht sogar noch besser darauf vorbereiten können. Ich sehe es auch gerade, wir sind am 7. von IEM Fall zurückgekommen, hatten dann zwei Tage frei gehabt, das nach so einem Ablauf auch absolut normal und eigentlich zu wenig. Und wir haben dann am 10. wieder angefangen bis zum 21., was der Abreisetag war, beziehungsweise der 22. mit einem durchschnittlichen Pensum von 10 bis 11 Stunden plus das, was ihr halt zu Hause noch gemacht habt. Also auch für die, die es nicht wissen, Jarosz, Tizi und Niklas, der eigentlich durchgängig in Berlin ist, die trainieren aus dem Office bei uns und haben aber auch ihre Setups noch zu Hause und gehen dann nochmal alles durch. Ich habe dann sich mit Nico und Dustin abends und Lukas die Sachen nochmal angeschaut. Also es hat keiner in der Vorbereitung geschlafen, wir haben es Maximum rausgeholt, aber das gehe ich davon aus, dass ihr das auch alle wusstet. Ist in der Tat nicht so angenehm, weil auch wenn wir jetzt mal ein bisschen nach vorne schauen, wir haben jetzt nochmal Training bis zum Wochenende. Dann ist die Dreamhack von der Dreamhack, also die ist noch online, geht es direkt nach Ungarn, von Ungarn geht es direkt zu Blast, da haben wir gar keine Trainingstage mehr dazwischen. Und dann sind wir zwei Tage zu Hause, um danach wieder nach Stockholm zu fliegen, zu einem im Winter. Das heißt, bis Mitte Dezember haben wir gefühlt noch drei Trainingstage und das ist sehr, sehr hart natürlich. Und dann musst du halt auch gucken, was das, was Jarosz eben gesagt hat, dass deine Konfidenz, dein Selbstvertrauen einfach auf einem Level ist, was dich dadurch ballert. An der Stelle auch an PRT, DLA und an Florian Pinn, danke für die Subs, sehr lieb von euch, versuche nicht zu übersehen. So, dann eigentlich eine ganz coole Frage von Xuran auf Twitter. Habt ihr Freunde in den gegnerischen Teams, die euch nach dem Ausscheiden aufgeheitert haben oder denen ihr nette Worte geschrieben habt, als sie rausgeflogen sind oder sich qualifiziert haben? Also, kurz bevor Jarosz seine Friendslist runterrattert, ich habe mich besonders für Hooch gefreut von Anthropik. Ist jemand, den habe ich vor 20 Jahren schon kennengelernt. Ist eine sehr gute Seele und denen hat nicht so viel gefehlt, dass sie es nach Legends schaffen, aber trotzdem ein riesen Achievement. Und da freue ich mich auf jeden Fall, mit dem bin ich oft im Austausch. Ist auch einer, der mit unseren Spielern, glaube ich, ganz gut auskommt. Aber ja, Jarosz, dann ratter mal runter, wen hast du denn so? Tatsächlich gesehen waren es jetzt nicht so viele. Also, jetzt persönlich mit den Leuten hat man jetzt natürlich ab und zu mal was zu tun, wenn man vor allem FPL spielt. Man kennt die Leute halt so vom Spielen her. Jetzt im Laden war es natürlich mal wieder, da hat man andere Leute kennengelernt und auch miteinander gesprochen. Ich habe zum Beispiel halt sehr, sehr viel mit Dexter gesprochen von Spirit. Man hat mir seine Laucht mal ein bisschen erzählt und der wird auf jeden Fall früher oder später extrem erfolgreich. Das kann ich jetzt auf jeden Fall schon sagen. Also, er ist natürlich jetzt schon erfolgreich, aber er wird auf jeden Fall noch deutlich besser. Mit ihm habe ich mich zum Beispiel sehr, sehr gut verstanden und auch unterhalten. Und natürlich auch ganz klar mit den Spaniern, mit denen haben wir sowieso ein sehr gutes Verhältnis. Auch vor Ort haben wir viel mit denen gequatscht, mit geredet, gelacht, geweint. Wahrscheinlich auch. Und ja, wir hatten eine ganz okay Zeit, denke ich. Wir haben ja das Beste draus gemacht. Die Abreise war dann sowieso so, aber das ist was anderes. Und ich denke, ich persönlich habe sowieso eher Freunde als Gegner, aber das sind ja keine Gegner. Ja, mehr Leute, die du magst, als die du magst. Ja, richtig. Okay, dann machen wir hier noch eine Performance-Frage, auch wenn du die vorhin schon so ein bisschen beantwortet hast. Wie erklärt ihr euch, dass ihr Navi souverän schlagt, dann aber wieder ein paar Tage später gegen einen Skade verliert? Liegt das an der Vorbereitung oder ist die Pro-Szene wirklich so ausgeglichen mittlerweile? Von Martin Thun auf Twitter. Ja, sowohl als auch, würde ich mal behaupten. Ich denke, wir hatten einfach einen extrem guten Tag gegen Navi. Navi hatte nicht so einen guten Tag, das darf man nicht so überbewerten. Aber nichtsdestotrotz, ich denke zum Beispiel, wir persönlich als Big sprechen nur von uns. Wir haben deutlich mehr Schwierigkeiten gegen, ich sage mal, gegen einen Skade, gegen vielleicht ein Havu, vielleicht Spirit, ja, gegen solche Teams. Aber wenn wir zum Beispiel gegen Astralis spielen, wenn wir gegen G2 spielen, eventuell auch mal Faze, zeigen wir uns meistens eher von der besseren Seite. Das liegt aber auch einfach daran, dass Tier 2 ein deutlich aggressiveres, bisschen nicht randommäßig ist, aber, ich sage mal, kontrolliertes, schnelles, aggressives Spiel. Und das liegt manchmal, ich sage mal, diesen Teams, die eher safer sind, eher kontrolliert, eher langsamer, eher outplayen wollen. Gegen diese Teams liegen, sind wir auf jeden Fall deutlich besser. Auch vor allem ich, weil ich kann die Aufbauarten von den Teams als T meistens sehr, sehr destroyen. Und ich bin auf jeden Fall ein sehr, sehr guter CT-Spieler. Bei mir liegt es meistens eher an der T-Hälfte. Bei jedem anderen, denke ich, ist es meistens auch so. Und ich denke, das ist einfach sowohl als auch. Teams sind deutlich besser geworden im Tier 2-Bereich. Aber wir hatten einfach auch eine gute Vorbereitung und waren auch gut drauf. Sehr gut. Ich fasse mal gerade so eine Thematik zusammen. Thema Zielsetzung und was jetzt so ansteht. Hier hat einmal Flo mit seinem Fake-Account lecker Bratwurst auf Twitter geschrieben. Habt ihr euch das Jahr so vorgestellt? Was sind die Ziele für die nächsten Turniere? Und dann haben wir weiter unten noch... Zack. Was sind die Ziele für die letzten Turniere 2021, auch von Yeti-Faun, also die, die anstehen? Was hast du dir so vorgenommen für Dreamhack, V4, Blast, I am Winter? Und wenn alles gut läuft, Blast Global Finals noch. Dann ist aber wirklich ein hartes Jahr vorbei. Ja, also ich persönlich, ich gebe mir halt nie wirklich so Ziele, was Turnierplatzierungen angeht. Ich möchte mich einfach nur steigern vom letzten Turnier. Und ich sage mal, viele würden jetzt sagen, ja, das ist auch nicht schwer. Doch, es ist natürlich schwer. Du spielst gegen dich selber meistens. Und wer diesen Film gesehen hat, habe ich letztes Mal noch so einen kleinen Ausschnitt gesehen. Von Creed war das, glaube ich. Erster oder zweiter Teil, weiß ich nicht genau. Da redet Rocky mit dem Kämpfer und sagt dann, ja, wer ist der größte Gegner? Und der guckt sich im Spiegel an und sagt, du bist der größte Gegner. Der Gegner, der du am meisten verlierst. Und das ist genau das, was letztendlich zutrifft. Wenn du gegen dich selber verlierst, dann hast du eh verloren. Also du musst quasi so selbstlosig sein, dass du weißt, keiner kann was gegen mich. Keiner kann uns was haben. Und dann bin ich mir auch sehr sicher, dass wir uns deutlich besser präsentieren werden in den nächsten Turnieren. Und daran arbeiten wir. Und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir uns das eine oder andere, ich hoffe mal, Titel vielleicht schnappen können. Das Beste war natürlich für mich persönlich Blast, alle anderen Bonus. Aber ich persönlich habe jetzt keine wirklichen Platzierungen. Ich will mich einfach nur steigern. Das ist das, was ich sagen will. Danke dir, Aro, top für den Sub. Sehr nett. Kurze Anmerkung nochmal. Ich mache nachher noch ein paar Chatfragen. Ich mache mit Jarosch jetzt hier gerade noch ein paar durch. Und dann werde ich ihn auch entlassen, damit er sich ausruhen kann. Also entlassen im Sinne von, er darf nach Hause gehen. Weil er hatte heute schon einen sehr langen Tag im Office. Und danke auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Und eine Frage beantworte ich kurz zwischendurch. Denkt ihr, Sprout kann durch die Wechsel wieder eine stabile Nummer zwei in Deutschland werden, wo auch international mal wieder für Überraschungen sorgen kann im Tier 1 Bereich? Das ist so ein Ding. Da haben wir oft auch über andere Teams gesprochen. Stabile Nummer zwei in DE ist für mich 60 Prozent deutsches Line-Up. Und so wie das aussieht, geht das, glaube ich, nicht in die Richtung bei Sprout. Deswegen kann ich diese Frage nicht beantworten. So, eine Sammelfrage von Klusi auf Twitter. Wie fühlt sich das Major für euch an? Haben wir schon beantwortet. War schon was Besonderes gewesen. Wie wichtig waren die Sticker für euch? Also was bedeutet es, so einen Sticker zu haben für dich als Spieler? Für mich persönlich, das ist auf jeden Fall so ein... Du hast halt etwas, was dir niemand mehr wegnehmen kann. Und du bist halt eine Legende in einem Spiel, welches mehrere Millionen spielen. Und für mich persönlich ist es eines der größten Geschenke, die man sich selber machen kann. Dementsprechend wollten wir es auch umso mehr halt für Rische und für Nils. Niklas hat ja einen Sticker schon bereits. Aber ich sage mal, wenn es jetzt diesmal nicht geklappt hat, wird es beim nächsten Mal wieder eine Chance geben. Und die werden wir auch nutzen. Aber ich finde so einen Sticker auf jeden Fall nice. Man muss hier jetzt nicht überall draufkleben, aber du hast halt etwas, was hier niemand mehr wegnehmen kann. Das ist ein Andenken und es bleibt. Dann Meinung zu Astralis. Haben vorhin auch ein paar im Chat gelesen, habe ich gesehen. Wahrscheinlich auf den Bubski-Move und auf das Abschneiden jetzt, auf das Ausscheiden. Wie hast du es so betrachtet als jemand, der Astralis in den letzten Spielen immer besiegt hat? Ich glaube, die haben in den letzten zwei Jahren kein Game gegen uns gewonnen. Aber waren natürlich ein absolutes Top-Team in der Szene. Was geht dir so zu diesem Bubski-Thema durch den Kopf vielleicht mal ganz kurz? Ich sehe es ein bisschen professionell, würde ich es behaupten. Das tut mir natürlich sehr, sehr leid für Bubski. Er ist ein talentinter Spieler. Er muss aber irgendwas haben, womit die Leute nicht klarkommen, würde ich mal so behaupten. Entweder eine schlechte Angewohnheit, vielleicht schlechtes Verhalten. Man weiß ja nicht genau, man sieht ja nicht auch alles. Ich persönlich, ich sehe einfach nur das, was ich sehen muss. Der Ansager, der halt Zeit sich genommen hat für seine Familie. Ein Kind bekommen will, sie gerne die Zeit nehmen, will wieder zurück. Und jeder, ich sage mal, jeder, der ein bisschen Grips hat, muss einfach dann eigentlich so, ich sage mal, nicht einen Schritt zur Seite machen. Aber die größte Chance, damit du was erreichst, ist natürlich mit deinem Ansager, wo du halt sehr viel Vertrauen hast. Und vor allem mit einem Spieler, der mehrfach das Major gewonnen hat, der sich präsentiert hat, als ob er der Beste der Welt war und ist, meiner Meinung nach. Ja, also ich denke, das war für mich eigentlich ziemlich ganz normal, würde ich mal behaupten, dass er eingewechselt wurde für Bubski, auch wenn es sehr, sehr knapp war. Aber es tut mir natürlich sehr leid für ihn. Und er hat auf jeden Fall eine gute Zukunft vor sich. Und der arme Junge, ich sage mal, der hat so ein bisschen seine Karriere da verspielt. Ja, glaubst du, Astralis kommt wieder zurück als, sagen wir mal, jetzt sind sie aktuell das, ich würde sagen, das drittstärkste dänische Team mit Heroic durch die Leistung gerade vorne und Copp Magen Flames sind dran. Meinst du, das shiftet wieder so ein bisschen, wenn mit den vermutlichen Wechseln auch? Ja, ich denke schon. Das ist ja Quatsch und Nein zu sagen, einfach aus dem Grund, die haben es schon mal geschafft, die werden es auch wahrscheinlich nochmal schaffen. Die waren das Team, welches am meisten und am Herzen gearbeitet hat, die vor allen Teams waren. Und es wird natürlich schwer sein, sehr, sehr schwer, einfach aus dem Grund, weil viele, viele Teams jetzt viele Analysten, Coaches, Mentalcoaches, was auch immer, haben und bereit sind für diesen Kampf. Bereit sein, ich muss alles dafür tun, wie zum Beispiel Gambit, Gambit, Gambit Academy, Gambit Youngsters, das kennt sie ja alle, kriegen einen neuen, erfahrenen Spieler, boom, Raute 1 der Welt, weil sie genau wissen, was sie machen müssen. Und das hat also was mit Sacrifice zu tun. Und das, was ich zurzeit sehe, das machen viele, viele Teams zurzeit. Sehr gut. Fünfer Johnny, danke dir für deinen Sub und für die zehn gelegten Eier. Liebe geht raus. Und dann kommen wir gerade mit dieser schönen Überleitung zu einem, und danke dir auch noch, The Hedy, für den Sub, kommen wir mit dieser Überleitung zum Thema des Abends, zur großen Headline, muss Big jetzt wechseln. Wir haben Fragen, ich werde sie einfach vorlesen. Klüsi hat da auch gefragt, ob es nach dem Major-Wechsel gibt. Dann wurde hier nochmal geschrieben von Waldjunge, Roster-Changes, ich finde, bei Big macht derzeit gar keinen Roster-Change Sinn. Garde als neuer Spieler, Kito improved sich. Tizian scheint in der Struktur eine wichtige Rolle zu spielen. Syrson ist die beste AWP Deutschlands, nicht nur Deutschlands, Leute. Und Tapsen der erfahrenste Spieler. Gefühlt ist das Team gerade in einer Zwickmühle, wo ein weiterer Roster-Change keine Besserung bringen würde. Was will man machen? Standen Änderungen im Team überhaupt zur Frage? Das finde ich, hast du sehr gut geschrieben, Waldjunge. Einfach auch gut von außen betrachtet. Und da können wir auch ganz kurz schon mal sagen, es wird keinen Spielerwechsel geben. Es ist auch ein Zeitpunkt, wo jetzt ein Spielerwechsel uns wieder Punkte kosten würde. Plus, du hast so viele Deadlines, dass wir, wenn wir jetzt einen Spieler wechseln würden, den im Dezember einsetzen könnten. Das würde alles gar keinen Sinn machen. Da musst du wieder mit Übergangslösungen spielen. Und ihr dürft auch nicht vergessen, sollte kurzfristig mal was passieren, haben wir noch ein absolutes talentiertes Academy-Team hinter uns, die sich jetzt zum zweiten Mal gegen unfassbar krasse Namen etabliert haben und für die Replay-Finals qualifiziert haben. Also, um das hier schon mal abzuschließen, und ich makker mir das gleich mal grün an, ich glaube, es gab noch mal ein, zwei Fragen zum Thema Line-Up-Wechsel. Und da müsst ihr auch immer dran denken, selbst wenn wir einen Line-Up-Wechsel hätten, Daniel Finkler hat schon gesagt, unser Geschäftsführer, bitte keine Sachen, die gegen unsere NDA verstoßen. Da müssen Jarosch nicht natürlich aufpassen. Jarosch muss geschützt werden, der muss noch lange für uns spielen. Und auch Kupi hat auf Twitter geschrieben, Ergebnis-orientiert zwar, aber die Frage, wer überhaupt eine Verbesserung wäre, wenn man eine deutschsprachige Änderung macht. Einzige Alternative wäre sicherlich Faven oder ein anderer Däne, der Deutsch kann. Das finde ich auch schon geil, dass die Leute in den Dänen das Potenzial sehen, das deutsche CS zu retten. Das ist schon mal sehr gut. Und dann natürlich die Frage, wer ersetzt werden soll. Tapsen und Sürsson sollen auf jeden Fall gesetzt bleiben. Also du bist laut Kupi sicher, Jarosch, herzlichen Glückwunsch. Garde ist auch noch zu frisch dabei und hat meiner Meinung nach das Team gut bereichert. Bei Tizi und Kito wird es dann aber leider etwas kritisch. Achtung, er schätzt beide sehr. Kito ist aber teilweise etwas unkonstant. Das stimmt, aber das sind wir alle. Und kann aber gleichzeitig mit seiner Diegel-Ecos im Alleingang gewinnen. Vielleicht sollte er dann in der Eko-Runde vom Gegner Diegel spielen. Das wäre vielleicht eine Option, Jarosch. Kannst du dir mal aufschreiben. Tizi hat oft schlechte Ratings, spielt aber auch öfters Opferrollen beziehungsweise ist halt ein guter Support-Spieler. Deshalb ist es eine schwierige Situation für euch. Ich hoffe, ihr findet eine gute Lösung und geht dann wieder gestärkt. Die Zukunft hat eine bessere Planung als ich bei dem Verfassen dieser Threat-Länge. Auf jeden Fall auch. Also so darf man gerne mal schreiben, weil das ist sinnvoll, was da geschrieben wird. Du schreibst so, okay, ihr könnt jetzt wechseln, aber was würde es bringen? Und dann habt ihr selber, oder hat Kupi in dem Fall sich selber schon hier gezeigt, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Und also jetzt auch so mitten im Jahr ist unfassbar schwer. Das würde keinen Sinn machen. Und auch am Ende des Jahres muss man dann wieder schauen. Ihr dürft auch eins nicht vergessen. Wenn wir jetzt, nehmen wir an, wir qualifizieren uns noch für Blast Global Finals, was durchaus möglich ist, dann kommen die Leute zwei Tage vor Weihnachten nach Hause, haben viereinhalb Wochen Pause und dann geht schon wieder das erste Turnier los. Von den viereinhalb Wochen Pause musst du dann eine Woche vorher wieder anfangen zu trainieren mit einem neuen Spieler und dann bist du wieder so hart im Rückstand, dass du das kaum aufholen kannst. Und das ist so, diese ganze Wechselthematik ist immer äußerst schwierig, weil es gibt eigentlich nie ein perfektes Timing für einen Wechsel. Und Wechsel, könnt ihr mir glauben, sind auch alles andere als schön. Und wir haben schon genug Wechsel durchgemacht, die uns in der Seele wehgetan haben. Also ich werde nie vergessen, das kann ich euch erzählen, als ich mit Nico, mit Fatih und mit Jarosch in Neukölln bei einem sehr guten Laden gesessen habe, und wir gesagt haben, okay, Fatih, Zeit ist da. Du musst aufhören zu spielen. Aber er wusste das eigentlich auch schon. Und das ist einfach so, auch wenn du so gut befreundet bist und dich so lange schon kennst. Und das ist keine schöne Sache. Nehmen wir mal an, wir müssten Tizi auswechseln. Der ist auch seit drei Jahren mit dabei. Das geht nicht so einfach. Du kannst nicht jemanden, der so sein ganzes Leben für Big gegeben hat, einfach in die Ecke werfen. Und das ist immer ein unangenehmes Thema. Und ja, wenn man wechselt, ist es nie schön. Und man wechselt in der Regel nur, wenn es Sinn macht. Also es wird auch nach wie vor bei uns weiter keine Panikwechsel geben. Und ja, das war es eigentlich für dich schon, Jarosch. Du kannst gerne noch ein paar letzte Worte loslassen. Und dann würde ich dich in deinen wohlverdienten Feierabend mit vielen, vielen Besserungswünschen schicken. Und auch für die, die das nicht mitgekriegt haben, weil auch ein paar Leute geschrieben hatten, Nico wäre im letzten Spiel hinter uns eingepennt. Der hatte, glaube ich, ab dem zweiten Tag heavy Schüttelfrost. Und es hat auch noch zwei, drei andere Spiele erwischt. Bei Jarosch hört ihr es heute noch. Natürlich kein Corona, aber sehr ärgerlich, wenn du bei so einem Top-Turnier halt krank wirst. Es sind ein paar Dinge, die in anderen Hotels vielleicht besser gelaufen wären. Da kann man den Spielern keinen Vorwurf machen. Aber das ist auch keine Ausrede dafür, dass wir nicht weitergekommen sind. Und deswegen von mir schon mal vorab eine gute Besserung. Ich hoffe, dass du sehr schnell wieder fit wirst. Du kennst die Medikamentenliste. Und ich hoffe, du hast alles da. Und die letzten Worte gehören dir, bevor wir in die Solo-Cam mit mir gehen und ihr mein hässliches Gesicht für noch eine gewisse weitere Zeit ertragen müsst. Danke dir, Lenz, vielmals. Und hast du auch wunderbar erklärt. Und ich stimme dir mit allem, was du gesagt hast, sehr, sehr zu. Man muss mit dem arbeiten, letztendlich, was man hat. Also vor allem auch, was Hotelanlage und, und, und geht. Ich persönlich, ich bin auf jeden Fall echt sehr, sehr dankbar, dass wir so eine, ich sag mal, eigentlich eine sehr, sehr coole und... Die beste Fanbase. Ja, sehr, sehr... Manchmal ja. Also es gibt gewisse Leute, die sind immer die Besten. Es gibt aber manche Leute, die haben die Fanbrille auf und kommen dann nur, wenn es gut läuft. Aber die Menschen meine ich nicht. Die Menschen, die ich meine, die könnt ihr euch auf jeden Fall angesprochen fühlen. Und da bin ich euch sehr, sehr dankbar, dass ihr uns seit sehr, sehr vielen Jahren uns unterstützt bei schlechten und guten Tagen. Und es geht an jeden einzelnen Fan, der auch still ist. Es gibt viele, die chatten und uns supporten, unterstützen. Aber es gibt auch viele, die einfach nicht sich dazu äußern. Und die sind trotzdem mit Herz und Seele dabei. Und bei denen bin ich mir auf jeden Fall sehr, sehr sicher, dass wir die guten Tage noch viel mehr zusammen feiern als die schlechten Tage. Und dementsprechend bin ich euch einfach sehr, sehr dankbar. Und natürlich auch an jeden Einzelnen, der bei BIG so lange das hier mithält. Und es waren sehr, sehr schwierige Zeiten, aber auch sehr, sehr schöne Zeiten. Und ich bin mir sicher, es werden noch viel, viel schönere Zeiten auf uns zukommen. Solange ich hier auf diesem Platz sitze und Captain des Teams BIG bin, werde ich alles dafür tun, was in meiner Macht liegt und in meiner Hand liegt, das ZS Team so gut zu präsentieren, wie es halt möglich geht. Und natürlich, umso mehr bin ich dankbar, dass alle meine Menschen, die in meinem Umfeld mich dabei unterstützen, die genau wissen, wie viel Zeit und wie viel Energie ich in sowas investiere, die mich dann auch letztendlich da so, ja, mich stark halten. Und ich sag mal, Hashtag gemeinsam passt ja auf jeden Fall sehr, sehr zutreffend. Dementsprechend vielen, vielen Dank nochmal. Liebe geht raus an jeden Einzelnen da draußen, an Lenz, an Phil sowieso, an alle Mitarbeiter, an BIG, Gründer sowieso und an alle, alle Fans. Vielen, vielen Dank. Alles klar. Ich würde jetzt nochmal aufstehen und sagen, Captain, mein Captain, aber ich habe leider nur eine Unterhose an. Deswegen hoffe ich, dass ich hier nicht, wenn es brennt, wegrennen muss. In diesem Sinne, erhol dich gut, mach dir einen schönen Abend. Phil, du bist dabei, du kannst direkt auf die andere Szene switchen, pack Jarosch noch einen Tee ein und dann wir sehen uns morgen zum Training, mein Freund. Schönen Abend noch. Ebenso. Ciao, ciao. So, wunderbar. Danke dir, Phil. So, kurzer Zwischenstopp. Herzlichen Dank an Red für den Sub an Jarosch und wen habe ich hier noch vergessen? Overkill mit dem Prime Sub sowie Farmer, der verdammte Österreicher, der auch ein sehr schönes Event gespielt hat als CL-Spieler in Österreich und gleichzeitig unser Big Valorant Team anfeuern konnte und Wankapo1337. Vielen, vielen Dank für eure Subs. Sehr nett. Und sonst habe ich keinen vergessen. Hoffentlich, wenn nicht, tut es mir sehr leid. Ihr wisst, ich bin ultra alt. Und so, ich gehe mal hier, wobei ich move ihn mal hier raus. Zack. Gut. Nicht, dass hier noch einer was hört. Und dann machen wir jetzt einfach mal noch ein paar, die paar Fragen, die ich noch beantworten wollte, die Jarosch nicht machen muss. Und dann können wir noch ein paar Chatfragen machen. So. Markus Marki Reitenbach fragt auf Twitter, warum hat Faven CS noch keine Chance über euch bekommen? Markus. Als ob ich dich vergessen würde. Also, ich habe ja vorhin was zu Wechselthematiken gesagt. Und wie du sicherlich weißt, als gut vernetzter Mensch in der Szene hat auch Josef einen sehr langen Vertrag. Und deswegen braucht man sich mit solchen Personalien nicht zu beschäftigen, bis dieses Thema akut wird. Also, Herr Reitenbach, vielleicht passiert ja was bei Club Oglum oder wie euer Team da heißt. Aber bei uns passiert erst mal nichts. Und natürlich, wenn man irgendwann mal wechselt, dann muss man Josef auf dem Zettel haben. Das steht ja außer Frage. Aber nochmal als Erinnerung, Big Academy, sehr, sehr gut. Martin Thun fragt. Auch eine sehr interessante Frage. Finde ich gut. Wie ist denn generell euer Verhältnis zu 99 Damage? Nach den Major Matches hätte ich es cool gefunden, wenn ein deutschsprachiges Interview mit euch gemacht werden würde. Zumindest nach Siegen. Also, egal ob nach Siegen oder Niederlage, das ist natürlich auch ein bisschen schwer. Und du kannst sowas in der Regel nur gut machen, wenn du jemanden vor Ort hast. Ansonsten müsste es über einen Manager laufen. Das heißt, in der Umsetzung ist es sehr schwer. Sowas wird es wieder geben. Insofern die Events wieder aufmachen und mehr Presse erlaubt ist. Und dann wird es auch deutsche Interviews geben. Und ansonsten möchte ich darauf hinweisen, dass wir Freestime von Badway haben, wo immer jemand nach den Spielen nochmal sein Feedback gibt, wie es gelaufen ist. Im Veto, im Spiel und was uns weiterhin erwartet. So. Dann eine wichtige Frage von Xorox. Xorox fragt, Joggers wann? Ich weiß, Phil ist ja noch im Teamspeak und wahrscheinlich läuft ihm gerade schon ein bisschen Blut aus der Nase. Joggers werden kommen und ich werde euch einfach damit weiter triggern. Es tut mir leid. Sie kommen und es sollte dieses Jahr werden. Auch eine ganz wichtige Frage von Trobi auf Twitter. Und diese Frage darf auch gar nicht fehlen in meinem Podcast. Wie geht es eigentlich Next und wird er nochmal für Big spielen? Also Big Next wird es als Spieler nicht mehr geben. Es sei denn, er hätte mal richtig Bock, Valorant zu grinden oder ein anderes Game, in das wir reingehen wollen. Aber Big CS und Next, das wird nichts mehr. Und wie geht es Next eigentlich? Es geht ihm, wie es ihm gehen muss. In diesem Sinne schöne Grüße an Joe. Und falls du aus irgendwelchen Gründen eingeschaltet haben solltest, wir vermissen dich und wir hoffen, dir geht es gut. Dann eine weitere Frage von Martin Thun auf Twitter. Er wollte Xantares damals von euch aus weg oder war es euer Wunsch durch die Kommunikationsproblematik? Dass er bei der Firepower massiv fehlt, ist ja offensichtlich. Can ist damals an uns herangetreten und hatte uns so seinen Wunsch, in einem reinen türkischen Team zu spielen, nahegelegt. Und das hat ganz gut zusammen gepasst. Wir wollten uns ein bisschen umstrukturieren und wir wollten ihm auch nicht diese Chance verbauen. Und deshalb haben wir ihn dann quasi freigegeben, so damit er seine, ja, wie soll man sagen, damit er seine Leidenschaft nochmal auf einem anderen Level ausführen kann. Ich glaube, es geht ihm auch sehr gut mit dem Projekt. Und ich schreibe noch regelmäßig mit ihm. Ist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Dann nochmal zwei weitere Fragen von Martin Thun. Einmal Thema Pro League. Ihr seid ja jetzt immer fest für die Pro League qualifiziert. Hat der Deal irgendeine Laufzeit oder ist er an ein Ranking gekoppelt? Also hat keine, ja, soviel ich weiß, keine Laufzeit. Ist auch an kein Ranking gekoppelt. Da mittlerweile 15 Pro League-Plätze festvergeben sind, findet ihr das gut, dass es weniger Wettbewerb gibt. Ist natürlich eine Problematik, dass sich weniger Teams qualifizieren können. Aber es heißt ja nicht, dass die Pro League zum Beispiel auch aufstockt. Gibt es ja auch noch möglich. Also ich bin generell ein Freund davon, dass man sich für eine Top-Liga immer qualifizieren kann. Und deswegen bin ich auch nicht so ein Freund von der LEC. Da kam auch noch eine Frage von Blots03. Wann spielt Big in der LEC? Also sportlich werden wir nicht aufsteigen können. Ob wir irgendwann mal in einem Bieter-Gefecht mit einsteigen um so einen Slot, muss man mal schauen, ob das Sinn macht. Da finde ich es halt äußerst schade, dass halt viele Organisationen schlecht wirtschaften, schlechte Spieleentscheidungen treffen und einen Freifahrtschein haben. Das ist auf jeden Fall in der Pro League nochmal was anderes, weil wir vertreten komplett Deutschland. Wir haben die ganze deutsche Fanbase hinter uns und wir stehen auch zu dem, was wir machen, auch was Content betrifft. Und ich finde, da sind viele Teams in der LEC im Vergleich sehr schlecht. Dann auch nochmal hier eine lustige Frage. Die letzte von Martin Thun. Ihr habt ja alle die Videos gesehen, wo wir so Hate-Kommentare vorlesen. Die findet er dämlich. Und müssen wir das machen, weil das unsere Werbepartner wollen? Er findet das grenzwertig. Das ist tatsächlich ein Format, was so generell in der E-Sport-Szene gängig ist und es macht auch Spaß. Und diese ganzen Hate-Kommentare lesen wir bewusst vor, um die Leute halt auch, um denen zu zeigen, dass uns das relativ egal ist. Also wir machen uns über die Leute nicht lustig, aber wir zeigen denen halt in dem Fall auch die harte Stirn. So, und eine wichtige Frage von Waldjunge. Sind weitere Pressekonferenzen geplant? Auf jeden Fall. Ich hoffe auch mal, dass ich es spätestens im nächsten Jahr live vor Ort hinkriege. Ansonsten versuchen wir es bei den nächsten Turnieren mit Roman zu machen oder vielleicht mit dem Coach. Kann es aber nicht garantieren. Es hängt immer mit dem Tagesablauf zusammen. Und damit haben wir die vorab eingesendeten Fragen durch. Und ich switche einfach mal hier den Chat rüber, damit ich das hier ein bisschen besser sehe. Wobei, es ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um ein Giveaway zu starten. Und zwar haben wir noch ein ganz besonderes Special für euch. Und zwar unser eigener Shop. Ich werde ihn gleich einmal hier reinlinken. Kartoffelbart, ich habe kein Pick'em gemacht. Also, sorry, habe ich wirklich nicht. Wir haben hier den Big Clan Shop. Da könnt ihr einmal draufgehen. Und wir kriegen stellvertretend natürlich von der einzig wahren Legende, Roman R., der mit mir ein Büro teilt und aktuell die ganze Zeit alleine sitzt. und der mit mir ein Baumkind hat, welches er sehr vernachlässigt. Roman, wenn du das hörst, Ulrich muss gegossen werden und ab und zu mal den Finger in die Erde stecken und gucken, ob es mollig feucht warm ist. Das ist jetzt sehr zweideutig. Aber bitte guckt, dass Ulrich nicht stirbt, bis ich wiederkomme. Und zwar gibt es ein Big-Trikot, ein weißes, original signiert von Tapsen. Und wenn Phil mir weiter im Teamspeak hier ins Ohr keucht, dann weiß ich, dass ich was falsch gemacht habe. Ist alles gut, sagt er noch, sehr gut. Und wir werden das über den Nightbot machen. Und wir werden als Keyword nehmen, hoch die Tapsen. Ist, ah, okay. Sollte jetzt funktionieren. Also einmal Ausrufezeichen, hoch die Tapsen. Dürft ihr mal ordentlich reinspammen. Für den einzig wahren und besten deutschen IGL und besten deutschen Spieler, die Legende, dieses Keyword hat er sich verdient. Spam, was das Zeug hält. Trikot wird natürlich an eure Größe dann angepasst. Müssen wir nur nachher mal schauen. Wobei, das kriege ich hin, die Daten mir zu holen. Danke auch an der Stelle nochmal an Roman, der den Big Shop macht und den ganzen Merch. Super. Ich würde sagen, wir machen noch bis 21.40. Das müsste noch jetzt sein. Genau. Ihr könnt aufhören. Ich werde es jetzt rollen. Die meisten sind drin. Und der Gewinner ist The Scorpion2412. The Scorpion2412. Bist du da, mein Freund? Ja. Da ist er. So. Ich werde dich gerade einmal anflüstern. Sei so lieb. Schick mir bitte einmal deine komplette Anschrift und deine Größe. Glückwunsch. Wird ein schönes, weißes, signiertes Trikot von Big. Und wer jetzt kein Glück gehabt hat, wir werden auch demnächst immer noch ein paar Kleinigkeiten rausgeben. Heute natürlich ein etwas besonderer Anlass. Zack. Der darf hier gerne im BigClan Shop shoppen. Also The Scorpion2412 in der Whisper-Nachricht. Bitte einmal komplett deine Daten. Hab dich angestupst. Sollte laufen. Gut. Es wird Zeit für die Chatfragen. Ihr habt vorhin schon ultra viele gestellt. Tut mir leid. Das haben wir nicht hingekriegt, weil wir schon vorab super viele Fragen gehabt haben. Ich ziehe das jetzt auch mal rüber. So. Deswegen schießt mal los, was ihr für Fragen habt. Wann wird G2 Swanny abgeworben? Fleischtüte. Ich glaube, ich glaube, Swanny ist sehr glücklich bei G2. Und wenn ich mal einen Lauch hole, dann hole ich Enke. Bumsau. Wenn du schon von Triketgröhr sprichst, dann kann man sich auch einen 4XL bestellen oder als Sonderwunsch. Sorry, ich bin fett. Ich kenne das Problem. Leider sind die Anbieter, was die Größen betrifft, nicht wirklich flexibel. Das heißt, wir werden erstmal nichts größer als 3XL rausbringen können. Wobei, wir hatten auch mal Sondereditionen. Da gab es 4XL. Und ich gucke jetzt einmal kurz rein. Das hier geht leider nur bis 3XL. Also wir werden auch mal Sondereditionen bringen. Da ist das mit dabei. Und ja, so lange kann man das leider nicht besser machen. Also das ist tatsächlich ein Lieferantenproblem. Seo, grüß dich, Marc. Schon mal versucht, dich als Komparsen einen Bonn-Film zu bewerben. Das wäre doch ein Milestone. Ja, wir bräuchten einen neuen Jaws, aber vielleicht im, ja, wie soll man sagen, vielleicht im Reset von der ganzen Franchise-Geschichte. Moose fragt, was geht bei Collab? Interessante Frage. Also wenn die jetzt alle benchen, dann heißt das wohl, dass die was Neues im Blick haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es Kopenhagen-Flames-Fresh ist, die ja an ein etwas kleineres Budget bei der Org gebunden sind. Das hat ja auch der Owner gesagt. Würde mich freuen, wenn er oder wenn Flames dann natürlich eine bessere Org kriegt. Wobei im Sinne von, dass sie mehr verdienen können, muss man mal schauen. So. Wann gibt es die Tasse im Shop? Phil, bist du noch im Voice? Du kannst dich gerne dazuschalten, wenn du willst. Du kannst mir sagen, wann die Tasse im Shop ist. Da bin ich leider der Schlechte. Wir brauchen einen Telefonjocker mit Roman. Ich kann mal versuchen, Roman anzurufen. Ja, ruf ihn mal an, aber ich glaube, es ist nicht mehr so lange hin. Aber alles, was wir vor Joggern releasen, werden wir eh viel zerpflückt. So. Roman. Hi. Mein Freund, du bist live on Stream und jetzt gibt es wichtige Fragen an dich. Erstmal danke für das Trikot, was du bereitgestellt hast. Das wurde gewonnen. Das ist ja nicht nur von mir, das ist auch von Andi. Ich teile mir ja den Merch-Bereich mit Andi. Mit M. Und der ist immer mit von der Partie. Ja, danke auch Andi. Sehr interessant. Kommen wir zum wichtigen Thema. Wann kommt die Tasse in den Shop? Ja, du hast sie ja schon geleakt sozusagen. So war das eigentlich nicht geplant. Aber demnächst. Also demnächst heißt wirklich in den nächsten zwei Wochen. Ja. Bevorrufen. Sehr gut. Und Jogger? Die Jogger, das ist ja so ein Dauerthema. Also ich bin jetzt mal ein bisschen ernster. Das Thema nervt uns genauso. Wir rennen da dem Produzenten hinterher. Und in dieser ganzen Corona-Situation ist das leider Gottes immer wieder so, dass man vertröstet wird. Und letztendlich, nee, leider nicht. Uns wurde jetzt gesagt, dass sie auf jeden Fall dieses Jahr noch bei uns erscheinen sollte. Und sobald sie bei uns da ist, werden wir sie auch direkt in den Shop. So, ihr habt Roman gehört, dieses Jahr kommen die Jogger. Roman, wie geht's Ulrich? Hast du den Feuchtigkeitstest gemacht? Ja, Ulrich geht super. Aber ich mach den ein bisschen anders als du. Lenz will immer, dass ich den Finger reinstecke und den Stamm reibe. Also jetzt, kreativestens jetzt werde ich auf Twitch gewarnt. Ich danke dir dafür und lege mal ganz schnell auf. Naja, du meinst ja, du fühlst die Feuchtigkeit der Rinde. Das ist ja der Hintergrund. Das ist mir zumindest so erklärt. Ich hab keinen grünen Daumen. Und deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt. Aber ich bin gutgläubig. Also hab ich's noch nicht gemacht. Wenn mein Stream down ist, wird das auf jeden Fall teuer. Dann werden hier die Fans nochmal ein paar richtig geile Merch-Sachen rausgehauen als Entschädigung. Ah, okay. Okay, Roman. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und wir hören uns. Alles klar. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, Leute. Ihr habt's gehört. Jogger dieses Jahr und Tasse in den nächsten zwei Wochen. Hauen wir weiter die Fragen durch. Adidas als Jersey-Partner? Keine Ahnung. Also wenn so jemand mal interessiert ist, wird er sicherlich an uns herantreten. Aber Adidas ist ja bei G2 ganz gut und ich will nicht wie G2 sein, ich will anders sein. Wie wichtig ist es den Spielern, welche Sponsoren sie haben? Ed van Schleck ist natürlich auch, es gibt Dinge, die können für einen Spieler ein Interessenskonflikt sein, aber prinzipiell ist jeder Partner, den wir announcen, eSports ready und auch ethisch in einem Rahmen, wo wir immer bestmöglich vertreten können. Deswegen ist es mehr eine Management-Entscheidung als eine Spieler-Entscheidung und natürlich kann ein Spieler auch mal ein Veto einlegen, aber ja, ist in der Form nicht so relevant, aber wir achten da schon drauf. Tim fragt, wann besuche ich Nils wieder am Flughafen? Ich wollte tatsächlich bald mal vorbeikommen, gerade weil ich auch, also nicht nur Nils, sondern auch viele andere vermisse und natürlich gibt es auch eine ordentliche Kaffee- und Kreppelspende für die ganzen Noobs hier, die jetzt fragen, was ist ein Kreppel? Ist es ein Berliner oder wie die ganz gestörten es Pfannkuchen nennen? Das wird es geben, aber diese ganzen Corona-Vorschriften und dadurch, dass auch ein paar wichtige Leute am Flughafen der Meinung sind, dass ich dort nichts zu suchen habe, weil ich damals mehr für die Leute gemacht habe als der Flughafen-Stuff selber, ist das nicht so ganz einfach. Muss so ein bisschen sneaky-beaky sein, aber kriegen wir hin. Benni, wann bin ich wieder im Office? Grüße dich, mein Lieber, das dauert noch ein bisschen. So. Keine Huddles, kein Kontakt zu den Spielern, was stimmt mit denen nicht? Winzer, das haben wir vorhin auch kurz angeschnitten, das ist auf jeden Fall ein unangenehmes Thema und ich hoffe, dass das auch noch gefixt wird. Und das ist nichts, was CS besser macht, das nimmt eher ein ganz großes Stück Leidenschaft und Emotionen weg. Varys Xantades. Ja, ja. Tim, auch danke dir für den Sub. Sehr nett. Wurde was zu Next und möglichen Wechseln gesagt, gerade ist dazugekommen. Ja, zunächst wurde gesagt, dass der mit Sicherheit kein Big-Spieler mehr wird, der ist irgendwo verschollen und wir hoffen, dass es ihm gut geht und wenn er bald schreiben will, kann er jederzeit schreiben und Wechsel wird es, also wird keine Spielerwechsel geben, weil das jetzt der absolut falsche Zeitpunkt ist und das würde uns auch nichts bringen. Denkst du, es wird gute Nachwuchsarbeit in der Dachszene geleistet oder muss da noch mehr kommen? Von Robert. Es gibt tatsächlich viele Academy-Teams, aber es gibt auch leider sehr viele Organisationen, die diesem Anspruch Nachwuchs Academy nicht gerecht werden. Das ist einfach nur ein weiteres Team. Für ein Academy-Team brauchst du heutzutage Leute, die dich in Marketing schulen, die dich als Spieler besser machen, die dich begleiten bei deinen Entscheidungen persönlich und auch spielerisch und da braucht man schon einen sehr großen Stuff dazu, ist auch ein großes Geldthema. Deswegen, es wird immer am Geld scheitern, solange Partner nicht Projekte unterstützen und da bin ich auch sehr froh, dass das seit eh und je oben bei uns macht, die einen ganz großen Wert auf die Nachwuchsentwicklung legen und da können wir stolz drauf sein, dass wir so einen Partner haben. Ohne so Partner ist es fast unmöglich, das richtig zu machen und ihr seht ja auch mittlerweile, was Academy bedeutet, auch mit der Academy-League, was da für ein Aufwand dahinter ist und ich würde mir echt wünschen, dass einfach noch mehr Firmen die Organisation unterstützen, dass man im Nachwuchs was machen kann. So, was macht dieser Philian eigentlich? Er sagt bei jedem Thema, dass er nicht zuständig ist, Kartoffelbart. Er wurde mal als Grafiker beschimpft, aber tatsächlich ist er Videoproducer und CMO und irgendwelche Titel, die kein Mensch braucht und er treibt die Spesen mit den Vorspeisen hoch, aber hat er sich auch verdient. Phil ist ein Hardworker. So, Andi näht noch die Jogger, das könnte fast sogar sein. So, aber das Team mit jemandem, um das Selbstbewusste bei den Spielern zu steigern, wir arbeiten tatsächlich mit Sportpsychologen, die uns von der eSports Player Foundation gestellt werden. Danke auch an Jörg an der Stelle, der das mit eingefädelt hat und es ist auch wichtig, dass die Leute jemanden haben, mit dem die über so Themen reden können, die nicht die perfekten Themen für einen Coach oder für einen Teammanager sind. hier Jogger und Ulrich, alles läuft. Warum ist unser Academy-Team so stark? Da sieht man ja, dass es guten Nachwuchs gibt, der aber nie Chancen bekommt. Also unser Academy-Team ist erstmal so stark, weil die Spieler alle ultra talentiert sind und auch auf dieses Projekt committed sind. Ich kann mir vorstellen, dass es viele junge Spieler gibt, die lieber direkt Fulltime gehen würden, anstatt sich ordentlich ausbilden zu lassen und auch Erfahrung mitzunehmen und allein die zweimalige Qualifikation für die WePlay Academy League zeigt, dass unsere Jungs wirklich gut sind, gerade im Vergleich zu anderen Organisationen, die noch mehr Kohle dafür raushauen und es nicht mehr auf die Finals schaffen. Also da sind wir super happy, aber ich kann euch sagen, es ist auch ein Riesenaufwand. Die Jungs haben Finn als Manager, der nebenbei noch ein paar andere Aufgaben hat. Wir haben Coaching-Staff, wir haben die Profispieler, die sich auch ein bisschen um die kümmern, bei jeder Frage da sind. Also es ist schon anstrengend, aber die Anstrengung ist auf jeden Fall wert. Wir haben jetzt auch die Spieler überwiegend während der letzten Gruppenphase von WePlay im Bootcamp gehabt und das hat denen auf jeden Fall auch nochmal einen Boost gegeben, sich den ganzen Tag von uns umsorgen zu lassen. Wann gibt es Lens-Emotes auf Twitch? Tatsächlich bald. Ich habe jemanden gefunden, der mir das macht und die werden auch ganz lustig werden. Das sollte zeitnah geschehen. Ist auf jeden Fall überfällig. Wie fand ich den neuen Bond? Ich fand ihn überragend und ich sage, jeder, der kein Bond-Fan ist und sagt, der Film ist schlecht, hätte gar nicht vorher reingehen sollen. Also schon enttäuschend, wie die Kritiken dafür sind. Ich finde, das haben sie perfekt gelöst, um Daniel Craig den Abschied zu geben, der ihm gebührt und ich war nachts mit Fatih in der Premiere um 0.07 Uhr natürlich und wir haben den Film übertrieben gefeiert. Ist Big profitabel? Jawohl, sind sie. Minus Kito plus Grimbo würde ich fühlen, aber nur wegen Grimbo. Ja, Grimbo ist eh bei uns auf der Payroll. Mal gucken, wo er die nächsten Jahre spielt, aber für Main-Team dauert es auf jeden Fall noch ein bisschen. Ja, Noch Kontakt zu Owens Mouja, tatsächlich haben wir das, ja. Wir hatten vorher mal geschrieben, weil ich unter anderem auch von Fanatic angeschrieben wurde, die Feedback haben wollten, wie er so als Spieler und als Typ ist und da ich auch den Owner beziehungsweise den CEO von Fanatic schon ewig kenne, haben wir da ein ganz gutes Gespräch gehabt und er wusste auch, dass ich das Feedback gegeben habe. Er hat auch von anderen gutes Feedback gekriegt und ja, haben wir bei einigen Gelegenheiten nochmal zusammengeschrieben und hat sich auch bedankt. Als Owner haben wir ein gutes Verhältnis. Aus welcher Ecke kommst du, Lenz. Ich bin Mainzer, komme wirklich aus dem Weindorf, Ebersheim, wer es kennt und wohne in Kelzerbach neben einem Frankfurter Flughafen und bin auch ultra oft in Berlin im Office. So. Sind Big College-Jacken in Planung? Nee, College-Jacken ist ein bisschen outdated. Das ist so 1980. Was könntet ihr denn nicht vertreten? Ihr bewerbt eine Sportwetten-Seite. Also wichtig ist erstmal, es gibt Sportwetten-Seiten und es gibt Sportwetten-Seiten und zweitere haben zum Teil keine Lizenzen und Bedway hat alle wichtigen Lizenzen, die sie brauchen und deswegen können wir das auch ohne Probleme vertreten. Also es gibt echt viele shady Organisationen oder Seiten und da gehören unsere Partner ganz sicherlich nicht mit dazu. So. Diese Pfannkuchen-Krebel und Berliner Debatte ist schon die schon böse. Jude pausiert aus persönlichen Gründen und ist geplant, dass er als Coach wieder zurückkommt. Ich hoffe es. Allerdings ist er erstmal noch ein bisschen weg vom Fenster. Er hat jetzt auch vor Major nochmal extra Gas gegeben und jetzt hat er erstmal im Moment Pause wieder. Wann kommt der Office-Vlog? Das wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube dann, wenn Phil das Studio fertig hat, dann könnte man das irgendwann mal hinkriegen. Ja, wenn das Office fertig ist und auch auf der zweiten Seite hier auch sehr gut aussieht, dann machen wir auf jeden Fall ein Video. Konnten die Leute das hören, Phil? Ja, ja, konnten sie hören. Sehr gut. Also ihr habt gehört, Phil hat den Call gemacht. Werde ich zu deinem nächsten Runden Geburtstag eingeladen? Allen Winden. Der ist noch zwei Jahre hin. Ich weiß gar nicht, ob ich den erlebe, ob ich vorher den ganzen Stress noch handeln kann. Muss man mal schauen. Inwiefern sind Depressionen ein Thema im E-Sport? Ich glaube schon, dass das eine große Rolle spielt. Matze Base, ganz einfach, weil der Druck auf den Spielern ultra groß ist und wir hatten das vorhin ja auch gehabt, gibt ultra viel Hate Speech gegen Player und Drohungen und das ist schon alles, was so ein bisschen mit zusammenspielt, wenn du dann unzufrieden mit dir selber bist, dass du in so eine Phase abbrotst und da sollte man, ich weiß, das ist einfach gesagt, so schnell wie möglich sich Hilfe holen, einfach um da nicht noch schlimmer abzurutschen. Das ist ein sehr gefährliches Thema. Hat sich das auf Garde ausgelegt, dass er bei Mage ein anderes Messer gespielt hat? Bei mir fühlt es mit einem anderen Messer das ganze Spiel an, dass der andere Spalt keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, dass er ein anderes Messer hat. Euch fallen manchmal Sachen auf, das ist schon krass. Die Person, die die Emotes macht, macht 10 von 10 Emotes, vertraut mir. Okay, wenn du weißt, bei wem ich bin. Interessant. Hab letztens irgendwo gelesen, dass manche Pro-Player eine bestimmte Anzahl an Stunden streamen müssen. Stimmt das? Und wie ist das bei Big? Das kommt immer drauf an, in welchem Game. Und also normalerweise sollte jeder Spieler, der streamen kann, auch streamen. Das ist gut für die Repräsentation von der Organisation, von den Partnern, von sich selbst, um seinen Marktwert auch ein bisschen zu steigern. Allerdings kannst du das nicht immer ableisten, wenn du so eine harte Turnierplanung hast. Deswegen sind wir da sehr flexibel. Wir freuen uns über jeden, der streamt. Ihr habt ja auch gesehen, auch nach so 10 Stunden Arbeit heute kommt Johannes nochmal vorbei für eine Stunde. Es ist nicht so ganz einfach. Wen sehe ich als nächstes in der Bond-Rolle? Also ich hätte gerne Henry Cavill, aber ich habe wohl gehört, dass es der Schauspieler von Bridgerton wird. Ich habe keine Ahnung, ich habe die Serie nicht gesehen. Ist auch egal, aber wer auch immer es wird, das wird schon eine gute Besetzung sein. Konnte man sich noch nie beschweren. Cillian Murphy, ist das der? Andi? Airlines kommen aus Gonsenheim. Als du Kreppe gesagt hast, war es eigentlich klar. Gonsenheim, da hat meine Oma damals gelebt und hat auch ihre Firma da gehabt. Ich kenne auch viele Leute da noch. Gute Ecke, Gonsenheim, Mombach, ist entspannt. Ugly Christmas Sweater Wann? Sowas wird es nicht geben. Wir machen einfach normale Ugly Sweater. Da haben wir bestimmt ein paar tolle Design-Idees. Raid Shadow Legends als Sponsor. Tatsache, ich als Vollzeit-Streamer, als Top-Streamer wurde angeschrieben, ob ich Raid Shadow Legends bewerben will, habe ich erst mal abgesagt. Kann man schon was zum neuen Loil-Roster sagen? Cheesy. Ehrlich gesagt, noch gar nichts, weil wir bei Stand Null sind, aber wir fangen jetzt langsam an. Fünfer Johnny Depp, ich kenne Jara schon seit 2013. 2013. Also acht Jahre schon. Damals war er bei Maus und da hatten wir gerade das Roster ein bisschen umgebaut und da habe ich ihn kennengelernt. Erle und die Gambit-Jacken kenne ich, aber ich mag es halt nicht so. Es ist nicht so mein Style. Cola König, danke fürs Lob. Zalkao, Betway ist doch moralisch verwerflich, Zertifikate ändern auch nichts. Wenn du das so siehst, ist das so, aber aus geschäftlicher und auch aus persönlicher Sicht stimme ich dem nicht zu. Tim, spielst du als neue Battlefield? Das ist gar nicht so dein Gamer. Ich habe generell wenig Zeit zum Spielen. Wenn ich mal spiele, spiele ich eine Runde League mit Freunden oder ab und zu mal tatsächlich so kurz die Mission, aber das war es auch schon gewesen. Ich habe tatsächlich viel zu tun am Tag. Florian Pinn, was denkst du, sind die Erwartungen für die nächsten Turniere? Zum Beispiel der League-Bereich hat ja Pause, jetzt da der Split vorbei ist. Also Valorant kommen jetzt auf jeden Fall noch ein paar coole Turniere, da muss man mal schauen. Da haben wir auf jeden Fall ein sehr gutes Roster gestellt, die haben jetzt auch die A1-Liga in Österreich gewonnen. Ein cooles Lahn-Finale, war nicht viel Preisgeld, aber sehr viel Flair, hat den Jungs auch gut gefallen. Da bin ich gespannt, was jetzt passiert. Da haben wir ab morgen, morgen Phil, oder? Red Bull Homeground? Oder ist es übermorgen? Ich glaube, ab morgen auch eine ultra-harte Gruppe mit Liquid, mit G2 und mit Footballist. Ich hoffe, es wird einiges gestreamt. Fatih und die Jungs sind gut vorbereitet, schauen wir mal, wie das wird. League ist, wie gesagt, jetzt Pause. Ihr könnt aktuell gerade Sefi Black sehen, unser Tekken-Spieler. Sehr entspannt, kann ich nur empfehlen. Und wenn er nachher noch im Turnier ist, werde ich euch auf jeden Fall auch rüber schicken. Absolut toller Typ. Und ansonsten All Eyes on Mother, ein überragendes Rennen am Sonntag gefahren hat. Und dann schauen wir mal, wie jetzt CS dann die nächsten Turniere spielt. Und Academy natürlich bei WePlay. Also steht schon noch einiges an. Wird nicht langweilig werden rund um Big. So. Leute, ihr braucht das jetzt auch im Chat nicht auszudiskutieren. Manche Meinungen sind zu Recht da und dann ist das ja auch in Ordnung. Man kann es nicht jedem recht machen und das heißt auch nicht, dass jemand weiter eine andere Meinung hat, dass sie falsch ist. Also chillen wir ein bisschen. Läuft. Godbester Streamer bei Big. Also ich sage es, es ist zackengeiler. Ich lege mich manchmal ins Bett und hoffe, dass er streamt und wenn er die VOD-Reviews macht, schlafe ich sehr gerne und genüsslich ein. Wie schaut es aus mit ein paar GoBigCodes, MatsubaseTV? Ist eine gute Frage. Für den nächsten Stream auf jeden Fall wieder. Ich glaube, Blizzy war ein bisschen beschäftigt gewesen. Ich habe auch nicht dran gedacht. Tut mir leid. Meinung zu Rami Malek als Bond-Villain. Ich fand ihn sehr gut, aber ich fand es auch gut, dass er nicht so eine tragende Rolle im Film hatte. Also natürlich hat er eine tragende Rolle, aber er war nicht so die ganze Zeit präsent. Marc Strong als Bond, ja, gibt viele gute Kandidaten. Wird es in naher Zukunft wieder CSGO-Events in Deutschland mit Zuschauern geben? Gibt es da Infos? Es könnte sein, dass die UPS in Hamburg Zuschauer hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Meisterschaft müsste nochmal online sein jetzt und dann hoffen wir, dass es im nächsten Jahr unter Auflagen so die ersten Events wieder gibt. Pressekonferenz mit Syrson. Ich werde Flo mal dazu zwingen, versprochen. Pauline Lee macht gut die Modes. Staven, da hatte ich tatsächlich angefragt, aber sie hat keine Zeit gehabt. Sox, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Rewatchen. Ich habe die Jogger-Frage natürlich gestellt. Ich bin seit Anfang an Fan, habe bei vielen mitgelitten, mitgefiebert, mitgefeiert, bin auch mal frustriert und mal überschwänglich emotional, aber es ist einfach schön, mit euch seit Jahren im E-Sports-Bereich so einen professionellen, ambitionierten Verein zu haben, für den man schieren kann. Dafür einfach mal danke, auch für das Stellen der Fragen, Offenheit und Ehrlichkeit, größer Respekt. Ja, danke. Kann ich nur zurückgeben. Ich verstehe auch, wenn Leute manchmal gefrustet sind. Ich versuche das immer ein bisschen locker zu sehen. Wenn mich einer auf Twitter dumm anmacht, dann gibt es halt auch mal eine blöde Antwort oder ich habe jetzt auch letztens mal einen geblockt, weil mir einfach diese Negativität, ich sage es wie Sitz, auf den Sack gegangen ist und da muss ja jemand dann auch mitleben. Also ich brauche keine Leute, die mir sagen, Mann, ihr habt schlecht gespielt oder sonst was. Ich brauche dann, kann ich einfach gar nichts schreiben. Ich freue mich auch nicht über Niederlagen und für all die Leute, die seit Anfang an mit dabei sind, guten wie in schlechten Zeiten, sind wir sowieso ultra dankbar. Ah, Simon Murphy ist von Peaky Blinders. Ja, das habe ich gesehen. Ja, da weiß ich, wie du meinst. Wie finde ich Torrin? Ich finde, er hat genau das, was viele nicht haben und das sind Eier. Er spricht aus, was man nicht aussprechen sollte und dafür wird er von vielen gehasst und das finde ich lobenswert, auch wenn er manchmal ein bisschen nervig ist. Er hat leider bei sehr vielen Sachen recht. Oh, Trackmania, Koka ist bitte nicht red, das wäre zu viel für mich. Also ich habe es einmal mit Felix gemacht und danach war ich drei Tage nicht ansprechbar, musste Masters Vertrag zerreißen, musste ihn wieder zusammenkleben. Das war unangenehm. 5er Johnny Depp kann man gar keinen Mauspad mehr kaufen von euch leider nicht. Das gab es damals von einem alten Partner von uns. Wenn das Lioncast nicht mehr hat, dann gibt das kein Big Mauspad leider. Krabax, schaue ich den Massacast? Ja, auf jeden Fall. Schau mal mit zu. Chision sehe ich genauso. Das wird eine ultrakrasse Competition jetzt, aber unsere Youngster sind auch ganz gut drauf. Ist bekannt, ob ein Dream Act Leipzig Nachfolger geben wird? Das weiß ich noch nicht, Red, also bisher nicht. Besitzt Sürsson Gefühle? Ja, aber der Star wie ich, die kann er nicht gut zeigen. Bei er ist sogar noch ein bisschen krasser. Er ist so eine Mischung aus Nexon aus mir. Aber du weißt, wenn Flo lächelt, haben wir das Spiel gewonnen. Hast du Mr. Robot gesehen? Nee, hab ich nicht. Vielleicht hab ich aber so viele Sachen noch nicht gesehen. Ist schon fast nicht mehr feierlich. Ja. So. Habt ihr noch was auf dem Herzen, Jungs und Mädels und alle anderen, die sich angesprochen fühlen? Hey Stan, mir geht's gut soweit. Danke, ich hoffe, dir auch. Ich muss mir auf jeden Fall mal morgen den Bad schneiden lassen. Färben werde ich auf keinen Fall. Das Grau bleibt drin. Und meine komisch, ja, ich will nicht mähne sagen, meine Landebahn muss auch mal wieder gestutzt werden. Gab schon einen Big-Betriebsausflug. Wir machen im Bootcamp immer ein Team-Day. Machen wir so Kartfahren oder wir haben uns auch schon so ein Mini-Boot gemietet, mit dem wir dann über einen See in Berlin getuckert sind. Das war schon ganz cool. Ja. Wer wird das Coin-Best-Turnier gewinnen und warum werde ich das sein? Also, mein Lieber, ich drücke dir die Daumen. Zeig mir, dass du es kannst. Ich weiß, dass du es kannst. Dann do it. Do it. Wobei, ich habe Nikos auch dabei verloren. Ja, Aqua ist vorbei. Nice try. Ja, das zeichnet Flo auch raus. Michael, das ist so ein Ding, dass er einfach nicht so einen Überkrassen-Hype braucht, weil er sich ultra viel konzentriert und da ist jeder so, wie er ist. Am Ende macht sie mich und bestimmt schon. Meine Top 3 fürs Major, damit ich jetzt nichts Falsches sage, auf jeden Fall gewinnt Navi. und ich würde behaupten, zweiter Platz wird, ich muss mir das Breakout einmal anschauen. Navi gegen Gambit im Halbfinale ist natürlich scheiße. Also Gambit wird dritter, vierter dann. Ich glaube, Navi gewinnt das und von unten kommt, ja, ich habe irgendwie Nip auf dem Zettel. Ich glaube, Nip gewinnt gegen G2 und Nip wird auch gegen Heroic oder VP gewinnen. Bin ich mir relativ sicher. Und im Finale wird Navi Nip keine Chance lassen. Das ist mein krasser Read. Wie oft haben die Jungs Training im CS-Bereich? Eigentlich außer Samstags jeden Tag acht bis zehn Stunden plus das, was jeder individuell noch macht. Atesion, wollten Opnox und Alex ja Big verlassen, aber warum wollt ihr neue Spiele? Opnox auch bei uns noch. Alex wollte uns verlassen, weil er, glaube ich, nicht mehr professionell spielen wollte. Bishop meinst du wahrscheinlich. Bishop wollte wieder mit Schweden spielen. Warum steht es nach gewonnenen Pistols zu 90% 1-1? Ist das mittlerweile ein mentales Problem? Mad Max, ich würde sagen, auf jeden Fall ein bisschen, weil wir ultra viel probiert haben, auch um das zu fixen und wir werden sehen, wie wir in Zukunft damit umgehen, aber also die letzten Statistiken sagen ja auch, dass wir ultra viele Force Bies gewonnen haben, also das ist nicht die zweite Runde, das ist eine ähnliche Situation. Zwanny gewinnt es eh als Stand-In, ich wünsche es Zwanny natürlich. War auch eine gute Arbeit und wenn er nicht gut wäre, wäre er auch nicht bei so guten Teams gewesen. Tim, hau rein, mach's gut. Habt ihr in eurem Equipment freie Hand bei der Auswahl, kauft ihr die selber oder seid ihr Vertrag von jemanden gebunden? Also Equipment, alle Gaming-Gear bis auf die Maus haben wir von Corsair, also Headset, Tastatur, Mousepad und PCs im Office haben wir natürlich von oben bei HP und ansonsten sind wir da relativ frei. Was sage ich zum internationalen Liner von Sprout? Also bisher wissen wir ja nur, dass Rahls als IGL, Kay, Timo, Josef und Fritz mit drin sind. Die Frage ist, ob da noch mehr Wechsel kommen. Wenn sie noch einen Deutschen auswechseln, sind sie kein deutsches Team mehr. Dann ist, wie du es sagst, ein internationales Team. Muss man mal schauen, ob sich das positiv auszahlt. Ich habe immer so ein bisschen Bedenken. Ich bin tatsächlich selber kein Freund von internationalen Lineups, obwohl ich schon mit genug gearbeitet habe. Das ist einfach, ja, es wird schwierig auf jeden Fall und da muss ich halt auch wieder überall qualifizieren und von unten anfangen. Ob das so einfach geht, ist halt die Frage. Auf ein paar Minuten schaffen wir noch Leute. Haut noch raus, was ihr wissen wollt. Kann auch gerne jemand wegflamen. Wird es den Backforce-Stuhl bald so Angebot geben an Weihnachten? Das weiß ich nicht. Das musst du bei Backforce fragen. Das stimmt. Also wenn Sprout nicht mehr deutsch ist, fehlt auf jeden Fall so ein bisschen diese intensive Rivalität, weil die haben wir auch nirgendwo anders. Ich würde sogar an manchen Tagen fast sagen, also wenn Sprout jetzt international geht komplett, dass Big Academy unser stärkster Gegner ist in Deutschland. Wurden die hellen oder dunklen Jerseys mehr verkauft? Ich glaube tatsächlich die dunklen sogar. Es haben sich viele Leute wieder dunkel gewünscht. Phil, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Hast du da so ein bisschen Insight? Mehr dunkel, ne? Das habe ich auch die Info, die ich bekommen habe, ja. Wie viele Mitarbeiter hat Big eigentlich mit Spielern und allen drum und dran? Sind wir glaube ich bei knapp 50 oder Mitte 50? Über 55, ja. Ja, okay, Entschuldigung. Du bist ja auch vor Ort, du hast voll die Insider. Was hältst du von Lucky Astralis? Kann ich nicht so gut einschätzen. Ist tatsächlich ja, wie soll man sagen? In eine schwierige Rolle, weil er große Fußstapfen zu füllen hat. Bisher schlägt er sich ganz gut. Die Frage ist, ob er dann in einem funktionierenden finalen Line-Up auch Fuß fasst. Wie zufrieden seid ihr mit Gadeklaufen? Sehr. Hat sich super gemacht. Viele neue Aspekte mit eingebracht, viel Professionalität und vor allen Dingen gutes Mindset. Und es ist auch ultra cool, dass wir einfach wieder Deutsch reden können. Xander, bis zu welchem Alter kann man deiner Meinung noch Top-CS spielen? Du hast viele Leute, die Anfang 30 sind. Ich würde jetzt mal sagen, eigentlich gibt es gar keine Altersgrenze. Lass uns mal bis 32 sagen. Ohne, dass ich jetzt damit über die Füße fahre. German CS ist tot nach meiner Meinung. Ja, es ist, also, es sieht auf jeden Fall nicht rosig aus. Da stimme ich dir zu. Aber was willst du machen? Die Organisationen haben kein Geld, um mehr in ihre Infrastruktur zu gehen. Und ist halt ultra schwer. Ohne Unterstützung kannst du da auch kaum was besser machen. Stan, hat Joe eigentlich noch Kontakt mit jemand von euch oder ist er im Retirement versunken? Ich glaube, Joe ist so tief versunken, wie man nur versinken kann, aber ich weiß, dass es ihm gut geht. Das freut mich, wenn dir die Qualität vom Trikot gefällt. Also, ich finde es auch sehr gut und vor allen Dingen, es fühlt sich, obwohl es schwer wirkt, ist es nicht schwer und es sitzt eigentlich sehr gut. Würde mehr YouTube-Content mit Gate feiern, wo er auch Deutsch spricht, das kriegen wir hin. Also, eigentlich war Gate für heute auch geplant statt Tapsen, aber er musste nochmal kurz nach Hause, er kommt erst am Montag wieder nach Berlin. Genau, könnte... Oh, moin Swaith. So, was soll in dem neuen Studio gemacht werden, was Phil baut und hat er das selber gebaut? Phil, erzähl doch mal. Ja, also, ich habe alles selber gebaut, neben meiner normalen Arbeit natürlich. Deswegen bin ich auch bis 22.12 Uhr immer im Office. Nee, also, wir haben ein ganz tolles Team an Handwerkern, die uns auch schon hier im ersten Teil des Office in Berlin, was wir jetzt seit Anfang des Jahres haben und den zweiten haben wir seit Juni geholfen haben mit allem und ich bin tatsächlich sehr happy, weil ich weiß, wie teuer das sein kann und wie schwierig sowas ist, dass wir damit gefunden haben, nämlich ein YouTube-Video gezeigt habe und der sofort wusste, was ich will und dann habe ich ihm ein paar Eckdaten rausgesucht, wie das so auszusehen hat und ja, drei Wochen später stand dann das, was ihr auch auf Twitter schon gesehen habt, da und jetzt fehlen nur noch Einzelheiten, jetzt wird noch gestrichen, die große Schiebetür und das Ganze vom Rest des Bootcamps abzuschotten wird noch eingebaut und das Deckenschienensystem kommt hoffentlich auch bald. Ja und am Ende haben wir, ja, das Studio hat einen tollen Effekt, dadurch, dass du keine wirklichen Kanten oder Ecken in dem Studio hast, du siehst quasi ins Unendliche, das Ganze wird weiß und dann können wir uns das bauen, wie wir wollen. Durch das Deckenschienensystem können wir Mikrofone, Lichter und Co. an die Decke anbringen, alles wird also super clean, jetzt mal so ein bisschen für Loops das zu erklären und im Prinzip können wir alles da machen. Wir werden auch Content-Formate machen, wir werden auch die Coinbase-Pressekonferenz dann auch offline machen, vor Ort mit den Spielern, alles höchst professionell produziert, wir haben hier zwei Produktionsräume direkt dran, also, ja, da wird einiges auf euch zukommen, sodass wir nicht mehr unseren Meetingraum benutzen müssen, vor allem auch für Big Reacts und Co., sondern, ja, dann bald das Studio nutzen können, also ganz hohe Sache. Aber es ist alles so, wie du es haben wolltest, oder? Also habe ich so das Gefühl, dass es bis aufs Detail perfekt, ja, ich muss jetzt auch Vorhänge bestellen, da haben mir die Leute vom Level auch geholfen, hier in Berlin, also da spricht man wirklich auch untereinander, um das Schall- oder Halbproblem so ein bisschen in den Griff zu bekommen, aber, ja, von Kamera-Equipment, was wir besorgt haben, was auch sehr schwierig war zu bekommen, bis Studio und allem drum und dran, ja, haben wir alles, was wir wollten und, jetzt freue ich mich, dass es bald losgeht. Ich bin gespannt, wenn ich es das erste Mal sehe, aber ich komme auch bald. Ja. Dann danke dafür, Phil, dann nochmal hier Frage von Phantom, ist Roy nicht auch fast 30 und hat jetzt erst seinen Peak? also wie gesagt, Alter, es gibt keine Altersgrenze, an der du sowas festmachen kannst, es kommt auch immer drauf an, welche Rolle spielst du in einem Team, was bringst du mit ein und ich habe die Zahl jetzt einfach mal gedroppt, weil es so der Maßstab ist an Leuten, die ich kenne, wie Fatih, Tess, Neo, Forrest, auch ein GetRight, wobei GetRight ist noch ein bisschen jünger, da kannst du es nicht so genau festmachen. Tubeman, ich habe mal gesehen, dass ihr im Office teilweise für die Stühle eine Big Boatmatte habt. Gibt es da irgendwo zu kaufen? Die wird es bei Backforce geben. Also das wird bei Backforce jetzt kommen. Ich weiß nicht, ob es ein Big Logo gibt, aber zumindest ein Backforce Logo. Was sagst du zu den Top Playoffs-Kandidaten 99 Damage, UL, Dudes, SSP, NLG, CG und CCO? Ich würde, ich würde sagen, das ist eigentlich fast ein Free-Win für NLG, es sei denn, Unicorns of Love wacht auf und hat A-Game. Wir haben momentan nicht so eine starke Phase, aber trotzdem sehr coole Leute, da auch ehemalige Academy-Spieler von uns und natürlich Kakafu. Drücke denen die Daumen, aber ich glaube, NLG wird das fast zu easy machen. Möchte ich vielleicht noch kurz gegen Valveflame? Ja, also es ist so, ich würde mich immer wieder wiederholen, die haben halt kein Interesse, da machen die irgendwelche komischen Regeln, die keinen, wie soll man sagen, die keinen, ja, die keiner nachvollziehen kann in erster Stelle und vor allen Dingen die, die deutlich mehr Schaden anrichten, als sie Gutes tun. Wenn die das so weitermachen wollen, dann werden wir halt auch bald Valorant-Tapsen haben. Dann ist es halt so, ganz simpel. So, Montag nächste Pressekonferenz? Nee, hatte erst mal noch ein bisschen Zeit. Wie steht es eigentlich im Kief? Habt ihr Kontakt mit dem Burschen? Mit Kevin haben wir tatsächlich noch viel Kontakt. Der kommt auch zu den Gesellschafts-Meetings und dem geht es, glaube ich, relativ gut. Die Bilder sprechen ja für sich. Top Typ und hat sich ultra krass entwickelt. Jupok fragt noch, Phil, ob er fragen darf, wie viel so ein Studio kostet. Genau, Aufstellung haben wir jetzt noch nicht gemacht. Wir mussten auch viel neu kaufen, was Kameras und Co. anging. Ja, ich weiß noch nicht, wie viel Auskunft wir da jetzt geben wollen, aber es ist schon sehr teuer. Also es ist auf jeden Fall gut fünfstellig. Sehr gut fünfstellig. Krass. Gut, gut. Das heißt, dein Vertrag wurde auch um 100 Jahre verlängert dann, oder? Ich bin jetzt gecaged, leider. Ich muss das selber abbezahlen. So, er sah tatsächlich aus wie eine Halfpipe, aber kannst du den Zuschauern kurz erklären, was diese Rundungen waren? Genau, im Prinzip, wenn du dann mit einer Kamera, also mit einem bloßen Auge wirst du es wahrscheinlich erkennen, das wird jetzt auch noch sehr schön abgeschliffen, aber wenn du mit einer Kamera drauf schaust, ja, wirst du den Eindruck haben, dass du quasi oder zwei oder drei oder vier Personen in unendlichem Raum stehen, da ich das dann später auch alles weiß ist und hoffentlich sehr schön weiß auch bleibt, außer die Leute rennen da mit ihren dreckigen Schuhen rüber. Genau, und das ist der Effekt, den wir wollen. Und so können wir quasi in Findet kleine Setups bauen mit Couches und Co., da haben wir sehr schöne Couches hier und dann alles machen, was wir wollen. Nice. Bob fragt, wie ist die Rolle von Traulon in Big zu verstehen? Würdest du das auch beantworten, Phil? Gerne. Also Traulon Ballasch ist ja jetzt schon seit, der kam vor mir, das war Mitte, Ende 2017 ungefähr, Lenz, korrigiere mich. Ja, ja. Und genau, seitdem der absolute King auf Social Media bei uns und alles, was auch digitale Kommunikation angeht, also ich kann mir echt keinen besseren wünschen für den Job. Er macht das super, er ist mit vor allem Hasbro dabei, auch noch nach all den Jahren und genau, wird jetzt auch, weil dann auch die nächste Generation Leute, die dann auch die ganzen Boomer-Memes, Zoom-Memes verstehen, anlernen und genau, also alles, was hier digital, was kommuniziert wird auf unseren Kanälen, das kommt von Ballasch größtenteils, ja. Alles klar. Und er ist auch unser Hard-Carry in der Out-of-Office-League. Ja, das ist eigentlich sein Job. Also eigentlich ist er nur deswegen da. Irgendwelche nostalgischen Erinnerungen an den Gaming-Keller. Also ich sag mal so, der Gaming-Keller hätte eigentlich ein eigenes Abflussrohr für den ganzen Schweiß gebraucht, den wir da unten abgelassen haben. Das war schon geil, aber es war auch ein bisschen erdrückend. Und wir haben zwei fette Titel da gewonnen. Das werden wir nie vergessen. Und die Jungs wohnen noch oben drüber. Der Keller ist nicht aus der Welt, aber wir haben kein Gaming-Equipment mehr drin. Was hat das mit der Corsair-Werbung auf Twitter auf sich, wo Tapsen und Sürsen vor diesen Leinwänden gedattelt haben? Kommt da noch Content oder so? Phil? Das ist tatsächlich eine sehr große Kampagne von Corsair. Da werdet ihr auch, wenn ihr unterwegs seid, in möglichen Offline-Läden, aber auch in Online-Shops werdet ihr euch in die Gesichter noch sehr oft begegnen. Das wurde tatsächlich auch gerät. Und die anderen Corsair-Teams haben auch hier in Berlin bei uns im Studio gedreht. Aber ja, da wird noch was kommen. Vor allem bildermäßig. Wie groß das gesamte Big Office sind 800 Quadratmeter. Phil, hast du schon Molten mal probiert? Genau, hatte ich schon angeschrieben. Ich bin mit einem Anbieter hier in Berlin in Kontakt. So geil, wie die Ork in letzter Zeit wächst, da hast du einfach nur nicer als mitzuleben. Ja, danke. Es ist auch eine Menge Arbeit, aber wir machen es alle aus Leidenschaft und wir können immer noch mit Stolz sagen, wir haben keine Idioten bei uns. Timo, heute keinen Bock auf Heroic Flame. Die Jungs haben jetzt auch genug eingesteckt, die sollen jetzt mal ein bisschen gamen, auch wenn ich diese ganzen Krokodilstränen da nicht mag, kauf ich denen nicht ab. Wenn die jetzt weiter gut spielen, dann sind die für mich erstmal rehabilitiert. Wo kann man Einblick ins Studio bekommen? Da könnt ihr mal bei Ed Philian schauen. Der hat auf Twitter schon einige Posts dazu gemacht. Casting Couch wird seine geben, Phil. Hoffentlich, oder? Wir haben so viel hier rumstehen, da können wir auch einmal ins Studio schieben und dann... Nebi, grüß dich. Mr. Restaurant-Tester, Food-Kritiker und Mann mit sehr komischen Einstellungen zu gewissen Lebensmitteln. Sei gegrüßt, ich hoffe, dir geht's gut. Fettes Lob und Riesendank an die ganze Org-Spieler und an dich für die ganzen Jahre nicht zu danken. Es macht doch immer Spaß, wenn die Leute das zu schätzen wissen. Man muss uns nicht immer feiern, man darf uns auch kritisieren, aber es ist schön, wenn man lange mit uns den Weg zusammen geht. Hat man theoretisch noch Platz für neue Prack-Rooms? Also wir haben drei Prack-Rooms und haben auch die Möglichkeit, andere Räume noch ein bisschen umzustellen und mehr brauchen wir auch erstmal nicht. Trinke ich Milch? Tatsächlich für ein Cappuccino, ja, aber also selbst gemacht, ansonsten nur Mandelmilch, zuckerfrei. Gar keine Milch mehr. Ja, habt ihr vor, einen eigenen Valo- oder LoL-Raum zu machen? Also das LoL-Team hat einen eigenen Raum und wenn das LoL-Team nicht da ist, ist das Valorant-Team da gerne mal drin. Wird es eventuell mal einen Tag der offenen Tür geben? Ich glaube, das ist schwer umzusetzen mit den aktuellen Auflagen. Das ist auch ultra viel, also ich will nicht sagen geheimes, aber viele Sachen, die man nicht so zeigen will. A, weil es vielleicht kopiert wird, B, weil vielleicht, du musst viele Sachen sichern. Das ist auch so, unser Office ist auch so ein bisschen ein Rückzugsort und das ist auch so der Grund, warum wir gut funktionieren, dass wir eigentlich außer den Amazonen und Paketbooten niemand haben, der da reinkommt. Das ist schon so ein bisschen safe haven. Und das Office ist auch, also auch wenn es noch nicht ganz fertig ist, der eine Flügel, wo wir vorher drin waren, der erste Flügel, ist schon so, dass ich da sehr gerne Zeit verbringe und auch arbeite, das ist, da fühlt man sich einfach wohl. Das ist schwer, sowas zu teilen ein bisschen. Trophy Room haben wir übrigens, Timo. Da gibt es auch genug Bilder, hatte ja Jahre schon da im Hintergrund. Das ist eine riesige Wand, die extra custom made ist. Wann traut ihr euch endlich mal nach Ost-Berlin? Wir waren in Ost-Berlin gewesen beim Berlin Major für die Quali. Das war das lichten Rate. Ja, und Paddle Tennis haben wir gespielt in Ost-Berlin. Ja, also geht doch. Will Red Bull beim Jersey immer auf der Schulter sein, ist gefühlt bei jedem Team so, ja, ganz einfach beantwortet. Hat man eigentlich als CSGO-Profit irgendwie Kontakte zu Valve? Das wünscht man sich. Man hat auch eine E-Mail, aber ja, da könnte ich auch Angela Merkel anschreiben, da wird genauso viel zurückkommen. Nicht so effektiv. Kommt noch ein Major-Video, Phil. Ja, das, also, ja, wir können ein bisschen, ne? Kannst du ein bisschen teasern, die Leute. Genau, also die nächste Season von Living Big wird losgehen. Allerdings nicht mit dem Major, aber wir haben beim Major was Kleines vorbereitet und das wird euch dann gut hypen auf die neue Season. Also es wird was kommen, ich habe tolle Aufnahmen und auch wenn es stockdunkel war in diesen Parkräumen, ich habe jetzt tolles Equipment. Wie gut wäre unser Office als CS-Map? Also ich würde sagen, es wäre auf jeden Fall keine DE-Map, es wäre eine Hostage-Map. Könnte man gut umbauen. Das wäre doch mal was, ja, wäre doch mal ein Partnerprojekt hier. Ja, kannst direkt aufschreiben. In welcher Gegend ist euer Office, also Bezirk, Tempelhof? Ohne jetzt zu viel ins Detail zu gehen. Man kann es eh googeln. Ja, also wer unsere Homepage kennt, der kennt auch unsere Adresse. Ja. Ja. Platzierung ist geil, es passt halt auch gut da oben hin. Also Red Bull verdient all diese Sichtbarkeit und wie ihr schon gemerkt habt, ist es bei jedem Team so. Auf geht's Leute, noch sieben Minuten haben wir zwei Stunden voll und dann geht der alte Mann ins Bett und ihr könnt mal gucken, wie hier unser guter Safi-Plaker ein paar Leute verkloppt. Arbeitet ihr nur mit Coinbase im Blockchain-Bereich? Ja, wir haben keinen anderen Partner da. Wird gerade euer Tourguide für Blast Finals? Wir werden auf jeden Fall Gades Familie kennenlernen, da freuen wir uns schon drauf und ja, wenn wir mal raus können, ich meine, wir waren alle schon öfters in Kopenhagen, dann gibt es schon ein paar gute Spots, wo man hingehen kann, da brauchen wir nicht als Guide. Es reicht, dass als Mate mit dabei ist. Wie ist mein Tagesablauf? Phantom aktuell sehr früh aufstehen, dann mit diversen Leuten von uns wechselnd an Partnerprojekten arbeiten, fürs Team ein paar Sachen vorbereiten, in der Woche fülle ich momentan so aktuell acht bis zehn Google Sheets aus für Veranstalter mit Daten, die requested werden und gucke schon vor Abreiseplanung, dass wir gut aufgestellt sind und ja, also so aktuell würde ich sagen so von acht bis 23 Uhr bin ich so am Start und dann chill ich meistens noch ein bisschen mit Kumpels. Also aktuell ist der Schlaf so sechs, sieben Stunden, könnte mal ein bisschen mehr sein. Whisky, ja, ja, den Mann kenne ich. Was motiviert dich nach all den Jahren weiter in der Szene aktiv zu sein? Das ist einfach die Leidenschaft für CS an sich und auch die Identifikation, die ich mit Big Hub, mit dem, was wir aufgebaut haben und mit den Leuten, die das von Anfang an mit hochgezogen haben. Was macht Jilmaz eigentlich für euch momentan? Jilmaz macht eigentlich alles, aber auch nichts und Jilmaz macht sehr viele gute Sachen. Er sieht Probleme, er löst Probleme, er hat unsere ganzen Finanzen im Blick, er ist auf jeden Fall der eigentliche Boss, auch wenn Daniel der Boss auf dem Papier ist, Jilmaz ist gesetzt bei Big. Und ich sage das nicht, weil ich es sagen muss, es ist einfach so und es ist das Beste, was uns passieren konnte. Meine persönliche Lieblingsmap ist das 2, da folge ich unserem CS-Team. Irgendein neues Team in einem anderen Game geplant? Nee, ich glaube, mit PUBG Mobile haben wir das eben ganz gut abgeschlossen und da sind wir jetzt ganz gut aufgestellt. Also wir planen erstmal nichts. Anity JNZ, danke dir für deinen Sub und gute, gute, gute. So, was haben wir noch hier? Alter, Nebi hat mir 9 Euro donated. Gibt es hier einen geilen Text dazu mit einem Flame? Ich kann es nicht sehen, leider. Wieso sehe ich das nicht auf dem Stream? Film, wie hast du meinen Stream eingestellt? Müsst du sehen, das sind deine Sub und Donation Tracks? Nicht meine. Ach man, wie kann ich Nebi übersehen? Das wird ja mir mein Leben hinterher tragen. Jetzt muss ich schnell gucken, ob er mir eine böse Message geschickt hat. Er hat bestimmt was Gemeines geschrieben, aber auch lustig gemein. Ich will mal schauen. Wäre nicht nötig gewesen, Nebi. Aber schreib mir mal WhatsApp, Nebi, ich wollte dir noch was zeigen. Hat sich etwas geändert und wir konnten mal zeitnah was geiles essen gehen. Ich habe mit Fatih zwei, drei neue, gute Places und die werden auch dir gefallen als Food-Kritiker Nr. 1. Wo ist hier die gemeinde Nachricht von Nebi? PayPal sehr schnell. Da steht einfach nichts mit drin. Ich hatte einen geilen Flame erwartet, Nebi. Flame mich bitte einmal im Chat, bitte. Komm. Wann mag ihr als Analyst bei Big? Markus Reitenbach möchte Spieler sein und dann muss Markus Reitenbach noch ein bisschen warten, bis er Analyst bei Big wird. Ganz einfach, Cindy. Ist das PUBG Mobile Team volljährig? Größtenteils ja, aber es sind tatsächlich sehr junge Leute noch. Haben wir auch ein Bootcamp bei uns gehabt zum Media Day. Sehr angenehme Jungs und die haben auf jeden Fall eine ganz große Zukunft vor sich. Hausmeister brauchen wir nicht leider. Wir haben sehr guten Stuff drumherum, der sich um alles kümmert. Wikipedia Seite aktualisieren. Phil, kannst du auf dein To-Do schreiben. Ja, wäre schön, wenn wir dafür Zeit hätten. Aber wenn du wieder helfen willst, gerne. Ich gebe dir alle Infos. So. Ah, hier ist Swave direkt im Chat mit dabei, konnte das beantworten. Wird sich Team Swave mit dem Geld simpel kaufen? Nee, nee. Aber Spirit wird anscheinend irgendwie umstrukturieren. Mal gespannt, was das bedeutet. Woher kommt es eigentlich, dass sich alle nur Lenz nennen? Wie wäre ich dann League Ingame? Also, ich hatte verschiedene Nicks. Ich hatte mal Desperado und Sleepwalker und irgendwann war ich Psycho und im richtigen Leben nennt mich auch jeder Lenz, weil es kürzer ist als Christian und deswegen habe ich dazu kommen. Bin ich halt einfach weiter Lenz. Hat die Bären-Taz als Big-Logo eigentlich was mit dem Berliner Wappen zu tun oder gibt es da eine andere Geschichte? Nee, hast du schon richtig erkannt. Hat er geschrieben, Iskenner bei Kelser käme auch aus meinen Nacken. Handy ist gerade zu weit weg. Danke, Nebi. Schreib mir nachher einfach mal, wenn ich hinlege, dann schicke ich dir noch was rüber. Aber Iskenner geht auf jeden Fall klar. Aber ich schwöre, wir haben gute Läden gefunden. Ich weiß bis heute nicht, ob du gern Sushi isst. Ich glaube, ich habe dich schon fünfmal gefragt, aber der Laden, der bei Fatih in Raunheim ist, ist insane. Und es gibt auch gute asiatische Gerichte, die kein Sushi sind da. Gibt es denn auch wirklich Preisgeld bei PUBG Mobile? Es gibt mehr als genug Preisgeld bei PUBG Mobile. Kunzi, Grüße gehen raus an den Paten aus Berlin. Du wirst auch Lenz genannt. JNZ Lenz. Muss ich mir mal merken. Aber ist ja nicht schlimm. Ja, da müssen wir hin. Nebi, mach was ready. Und du weißt für mich ist auch kurzer Weg. Und selbst Fatih läuft das aus Motivation. Gibt es aktive Stellenausschreibungen bei Big? Phil, haben wir aktive Stellenausschreibungen? Wir haben jetzt tatsächlich vor ein, zwei Wochen alles gefüllt, was wir derzeit brauchen. Aber tatsächlich dadurch, dass wir das Studio auch nicht nur selbst nutzen werden, sondern auch an andere Teams. Also ich habe schon sehr viele Top-E-Sports-Fotografen, Videografen, die geklingelt haben und auch Orgas, die geklingelt haben, weil es sowas vor allem mit dem Equipment auch in Berlin nicht so häufig gibt. Und vor allem dann noch mit E-Sport-Connection. Da brauchen wir oder werden wir langfristig auf jeden Fall jemanden brauchen. Der sich da mit Studiotechnik und Co. auskennt. Aber ja, meine DMs auf Twitter sind offen, wenn ihr das habt. Gerade scheint ja oft seine Familie zu besuchen. Zahlt die Firma das oder er selber? Was heißt oft? Also er lebt in Kopenhagen, aber er ist eigentlich, seitdem er bei uns ist, 90 Prozent in Berlin. Und wenn er mal heim muss, dann zahlen wir ihm natürlich den Flug. Warum ist Phil so ein gut aussehender Mensch? Prosus, ich bitte dich, beruhige dich mal. Nur weil Phil dich jetzt zwei Monate verpflegt hat und deinen PC eingestellt hat, muss jetzt hier nicht so rumschleimen. Denk dran, wer dich gepickt hat und jetzt ist Ruhe hier im Salon. Ja, David ist, David war mal, jetzt ist es prosus-cs. 14 Millionen Dollar Preisgeld bei PUBG Mobile, heilige Kacke. Das ist 100 Mal so viel wie bei Major. Wieder umschulen, wie bei Fortnite damals. Kunsi, die zwei Essen lösen wir irgendwann ein. Ohne Scheiß, das macht so, das macht so gar keinen Bock, manchmal so Termine nicht anzunehmen, wo man einfach mal abschalten kann, weil anderen was Neues reinkommt, glaubt mir. Aber ich weiß, dass Blizzy dich schon getroffen hat an der Theke und irgendwann schaffe ich es auch. Wir gehen noch essen, das versprochen, aber es ist echt schwer. Grüße Jubsen und danke dir. Aber ich würde sagen, Phil, es ist eigentlich ein guter Zeitpunkt aufzuhören, weil auch meine Stimme geht flöten und ich muss ja morgen noch ein Voice-Over für dich aufnehmen. Das habe ich auch noch offen. Ich sage mal an der Stelle erstmal danke, Phil, fürs Administrieren und auch danke an den ganzen Chat, der unfassbar viele coole Fragen eingesendet hat. Auch vorab schon auf Twitter und Instagram danke für die massive Unterstützung, für Big auch, dass ihr hier im Stream mit einschaltet. Das wissen wir alle sehr zu schätzen und ich kann es immer wieder sagen, ohne euch wären wir nicht so erfolgreich, wie wir das sind und fettes, fettes Danke dafür. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Phil, du hast die letzte Aufgabe, du darfst Arya raiden oder die Zuschauer rüberschicken. Lass mal ein bisschen Support bei ihm da, guckt ihn euch mal an, genießt es. Er ist ein ultra krasser Typ und sehr froh, ihn bei uns zu haben. In diesem Sinne, man sieht sich und ich hoffe, dass ihr Spaß hattet und wer es nicht gesehen hat und jetzt eingeschaltet hat, gibt es natürlich gleich als VOD und Phil lädt das nochmal auf YouTube hoch. Genau. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen guten Abend. Phil, habe die Ehre, du darfst schicken.